was würdest du nehmen wollen das ist eine gute frage ich hätte den angenommen weil du machst ja immer bei deinen anderen freunden den hacker oder bei der demo haben wir sehr abwechselnd gemacht und da fand ich den da irgendwie entspannender du willst also nur ich will ja guck dir doch mal an hier der bar zu lebar doch dieser party so you're approaching me Heimintigo Montoya Was mein Vater getan hat Oder wie Genau Scheiße Oh, da war ich mal Ich bin lecker Lecker Oh, du bist Ich finde das so gut im Menü Bei mir ist dieser große rote Kopf von dir mit dieser riesen Frisur schon vorhanden Bei mir ist jetzt dein Komisches Kinn da drin Das sieht aus wie King Crimson King Crimson Ein viraler Raub in Rotterdam Niederlande Niederlande Das ist die Demo Ich glaube auch Das sieht so aus wie die Demo Jetzt kann man ja sehen Was sich alles geändert hat Die Das ist dein Text zu spät funktioniert Ha? Text zu spät funktioniert Oh, da muss ich den Sag mal Steffi, die sollen den Rasenspringer reinmachen Was, den Rasenspringer rein? Das ist zu geil Rasenspringer Ich meine, die hört dich Die hat den Stream auf Ach so Steffi, mach den Rasenspringer rein Was ist das? Google-Suche Google-Suche Ach, oh ne Ja, genau Da macht's T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Okay Dann verbale Kommunikation Ich darf nicht zu dir rüberkommen Kriegen wir irgendwie hin, ne? Irgendwie kriegen wir das hin Ich hoffe, dass jetzt die Maus richtig eingestellt ist Ich bin der Hacker Wo bist du? Ich bin gleich im Netzwerk Oh, oh ne Die sind ein bisschen arg schnell Wir wollen zum Penthouse Ich erzwinge mir meinen Zugriff Oh yeah Überwachtungskammer Wow Du bist überhaupt zu Weiner Oh, danke Oder wir zusammen Ich habe auch noch Edowin Wie kann ich mich Ich kann mich nicht hinsetzen Schade Ich könnte den Sicherheitssitz suchen Mit dem Notstopp Soll ich das mal machen? Hast du das nicht gerade gemacht? Nein, ich habe den Notstopp Aber dann kann ich den Sicherheitssitz suchen Ne, ne, ne Mach das mal lieber nicht Ich glaube, dann ist auch was Aber du kannst es natürlich mal versuchen Okay, Moment Lass mich mal gucken Was ich außer Kameras habe Äh Tresorraum Ach, der ist zu Okay Ich kann auch nicht springen Ich darf nichts machen Schade Inkognito-Modus Bis gleich Die ist für andere Systeme verborgen Sie hat sich verschrieben Sie hat sich verschrieben Siehst du meinen Text? An der Tür Ich gucke überall rum Ich gucke überall rum Time to play game Ach guck mal, da bist du Register No ID Error Okay, Kamerasteuerung Ich darf doch auch nichts machen Also, ich gehe einfach mal hier durch Komische Lichter Wer hat bitte solche Lichter Ich sehe es nur auf den Schwarz-Weiß-Kameras Und siehst nur aus wie große Schaumprollen Kann das sein? Ja, sozusagen Wo Lichter rauskommen Oh, sie hat sich bei PewQ verschrieben Unglaublich Nein Puff, Puff Wo bin ich? Ich sehe ein Aquarium Okay Passcode eingeben Zum Passcode-Moment Ähm Hilfe ihres Partners an Vorne Oh Das stimmt Ich hätte es auch ablehnen können Die Schlüsselungssoftware wird geladen Das ist eine TXT-Datei Äh, ein Schlüsselungssoftware Okay, ich bin da oben Nee, ich weiß nicht Warte Der grüne Punkt Warte, ich drück mal W Ich bin der grüne Ah, wir sind beide der grüne Ich kann nur nach oben Achso, wir müssen hier hoch Okay Ja, wir haben es hingekriegt Achso, ich sehe dann immer, wo Wo wir hin müssen Okay Achso, nee Ich darf noch Ah, nee Ja, doch Da oben ist Ja Ja, aber du machst es schnell Ich Oh 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 Okay, was kommt jetzt Oh 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 Ich wollte lenken Ah Wir müssen runter, oder? Hä? Warum musst du jetzt unten durch? Weil es besser ist Oder? Nimmt sich nichts Okay Aber du musst auch mal Abbremsen Ich kann nicht Ich kann nur mit Ja Du kannst abbremsen Nein Ich kann nach links und rechts Ja, ich kann nach oben und unten Ja Wie soll ich da bremsen? Warte, ich probiere oben rum Das war Das war Das war Scheiße Nein Au Ah Da hat dein Wege fehlt Okay, Moment Du musst gegenhalten Du musst gegenhalten Du kommst halt nicht so schnell rum Okay Ich muss schon sagen, wo du lang willst Wir gehen nach oben rum Und jetzt musst du Drück mal nach unten die ganze Zeit, bitte Ich drück nach unten Ja, genau Dann sind wir nämlich langsamer Oh Aber Okay Das geht mal hin Ja gut So sehr musst du nicht nach unten Okay, wir gehen unten rum Und Jetzt ist sie los Ja Alter Ich bin in 44 So sieht alles Oh, ich habe ein neues Netzwerk Resortraum So Sicherheitssystem Serverzugang Sicherheitssystem Gibt es noch irgendwas? Alles mitnehmen Du hast Verborgene Auslöser Am Boden Am Boden? An LeBudden Du hast so eine große Platte mit Treppen Und da müssten zwei Auslöser sein Die du nicht siehst Wahrscheinlich Die ich sehe Die sind links Komm mal rein Ich sehe dich gar nicht Siehst du ein großes Oh, die sind da hier Mit Kitter Ah, du bist noch im Aquarium Okay Ja, geht's Tschüss doch mal Ich habe deinen Kopf gesehen Ja, ich bin hier Renn noch mal ein Stück gerade aus Okay Direkt Okay Guckst du gerade zur Kamera her, ne? Jetzt gucke ich zu Also ich kann genau vor deiner Kamera stehen So Ja Rechts von dir Das sind die Auslöser Also wenn du da die Treppe lang Ähm Hier Weiter, weiter, weiter Rechts von dir Genau Da war ein Da müsste einer sein Aktiviere die beiden Verborgene Um die Sicherheitsstation Ah, hier Genau Und jetzt einfach geradeaus Die Linie bis zur anderen Seite Der Raum Ist auch nochmal einer Genau Der Oh Ach du Scheiße Das geht ja ab bei dir Lasererkennungssystem Wird hochgefahren Moment Warte Wir haben Laser Was zum Geiler Ja Bin auch schon Vorsichtshalber rausgegangen So Dann gehe ich doch Ach du Scheiße Muss ich da Oh Ja Ich Das muss jetzt schnell gehen Patrick Siehst du die Laser auch? Ja Geh doch mal in das Eck Das hier Genau Was habe ich? Was brauche ich? Ähm Ach fuck Ich komme da nicht ran so schnell Warte ich Es ist angegangen Frag mich nicht wieso Es läuft durch Ja Ich mach das ja Wer hat so zurückgesetzt? So Blau 190 190 habe ich? Ähm Ja Das läuft durch Okay Hä? Wer hat so zurückgesetzt? Musstest du irgendwann Ich konnte nichts machen Ich habe nur einen Pfeil Den ich auf irgendeinem Wert setzen kann Ich hatte nur blau 190 da Okay Dann machen wir jetzt das hier Ich habe blau Okay Ähm Blau 3500 Ah Ich muss hinhalten Jetzt verwirklich Gag an mir Okay Dann warten wir bis das hier weg ist Dann haben wir da wieder viel Zeit So Dann ist hier Blau 48 Oh Gott Jetzt haben wir gelb und blau So Gelb 6,2 Blau 3 6,2 Blau 3 Na komm mach Mach Ah Er wollte nicht Ähm ja Jetzt müssen wir kurz warten Ja So So Scheiße Ich meine wir hätten jetzt das da hinten machen können Aber das war mir irgendwie Ne Naja Mit welcher Farbe willst du anfangen? Gelb oder blau? Da kann ich den Kriege schon Gelb Gelb Ja okay Gelb Gelb 6,8 Blau 3 Aha Okay Die Steuerung ist komisch Ich muss an den Pfeilen langziehen Das ist sehr Oh Gott Jetzt haben wir drei Farben Ja So Dann ist es hier Blau 190 Gelb 198 Lila 182 Na komm Na komm Na komm 198 100 was? 82? Ja Aber zu spät Ja Die Pfeile Weigern sich manchmal zu arbeiten Jajajaja Die Du musst ja noch vorlesen Ja Schwer genug So Ich fange wieder von links an Das ist Blau 205 Okay Gelb 192 192 Okay 181 Lila 181 Lila Ach Zitter Oh wenn jetzt noch einer mit vier Farben kommt Gibt mir die Kugel Ne das waren ja alle Glaub ich Was passiert bei dir jetzt? Ähm Ach da So Verbindung zu dem Serverzucker Tresor Was brauchst du von mir? Serverzugang Zugangscode Serverzugangscode 8881 Ich glaube wir sind gleich drin Versuch Ja Probier Wird hergestellt Oh Gott Ich stehe auf einem Oh nein Achso stimmt Ich muss die hier malen Oder so Oh ja Ich male gleich unter dir Ich weiß nicht ob da irgendwas ist Ist da irgendwas? Oder ne ich mal vor dir Ne momentan ist gar nichts Weiter 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 Ja So jetzt ist da eine komische Gewitterwolke Ich weiß nicht wo sie ist Aber ich würde dann einfach Jetzt ist sie gleich neben Ah ne sie kommt zurück Okay Jetzt wird es Jetzt zeichne geradeaus wo ich hingucke Achso Ähm Da war die Gewitterwolke Sorry Ah ich seh's Die ist direkt neben mir Die fährt da hin und her Okay Ähm Jetzt aber Wenn sie zurückkommt kannst Achso Ich dachte Ja ich bin Ich bin schaffig Äh da Verschwindet es gleich wieder Oh Ah okay Da kam die andere Nein Ihr Partner wurde von einem Digitalen Lichter ausgelöscht Okay Ah Wir stoppen da wieder Okay Ich guck mal wo sie ist Okay Die beiden gehen Parallel zueinander Ein bisschen weiter hinter Ist die andere Okay Das kommt gerade an dir vorbei So wie es aussieht Die andere Die kommt versetzt Die kommt jetzt zurück Okay Na komm schon Gehen die mit der Zeit weg? Ja Also wenn die Kuh auch fahren Gehen die weg Okay Okay Ich hab ne Idee Ähm setz das mal Äh Es sind ja zwei Felder Das Ding Setz das mal gerade aus Neben der anderen Wand Und bring mich mal dahinter Neben der anderen Wand Was? Ja da Du hast ja immer Einmal rüber Und dann längs Äh mach mal Zwei Felder da von links Einfach gerade aus So? Ne die nicht Äh die andere Seite Ähm 90 Grad Ja genau Ja genau da einfach mal geradeaus Genau Weil das wird nicht gelöscht So jetzt sind wir schon mal hier hinten Jetzt müssen wir nur irgendwie äh warten bis der da vorbei ist Wir löschen Was? Nein So jetzt ist der vorbei Und jetzt ganz ganz schnell da direkt vor mir malen Und jetzt gibt es Gib 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 Okay So weit so gut Boah da kommt schneller Oh der fatscht du ich Okay Warte mal ich Ich mache mir kurz eine Linie Damit ich weiß Der ist relativ flink Und der da drüben ist Auch relativ Oh Wie bitte? Der hat mich gestreift Ich darf nicht so gucken Okay Okay Ich kann mich also hier rüberführen Oh ja schnell Ähm Der andere kommt Der andere kommt los Oh Ähm Ach nee halt Da dann Ich durfte die Überschrift über dem Tor nicht lesen Okay jetzt muss ich gucken Welcher das Save Das Virus Genome hat Zu Hause zusammen Entsperren bitte Okay Lage für Patente und Prototypen Partner sichtet den Ähm Der Direkt in der Mitte Einer drüben Sozusagen Also der hier Äh ich seh dich nicht Ich hab's jetzt erst Okay Dann Ach Wir brauchen einen visuellen Schlüssel Oh nein Ich seh gar nix Also das Grambler für wir so einen Schlüssel Das war der oben in der Mitte Ober der Reihe direkt in der Mitte Ja ja aber ich bin jetzt Ja Warte mal Ich seh halt nicht was du Ähm Ähm Was siehst du gerade Äh ich seh so ein Gitter Wo ich jeweils X und die Rahmen ausfüllen darf Okay A B B Eins äh von äh von C unten nach C oben Richtung 2 Ein rotes Okay Und dann äh zwischen B und C die 2 Der Strich oder wie der gerade Ja genau Zwischen B und C halt der Strich Aha Dann ähm von dem Richtung Also zwischen B und C den Strich Unten an der 2 Richtung 3 von Also der Querstrich zur 1 hoch Du weißt was ich meine Okay Moment Wir haben den Von 2 B unten Oder B2 unten Äh unten rechts Der Strich nach Richtung B1 Äh oder A1 Also es ist ein Strich von rechts nach links nach oben Genau Ah ok Dann weiß ich Du musst mir das Kästchen sagen Und dann also Okay D4 hat oben ein D4 D4 hat oben Und äh links ein Strich Oben und links Die geraden Striche ne Ja genau Okay Äh sieht aus wie ein Predator Zielding War's das? Achso äh verbinden Achso hier Ah wenn ich verbinden Äh achso jetzt seh ich Ob das was du gemacht hast Äh ja das Sind wir sicher Das ist der richtige visuelle Schlüssel Ja Agent Extraordinär Ach der Bart Mission complete Mission 1 abgeschlossen Mission 2 Kanada Oh Kanada Oh wir sind ins Kanada Ja Vancouver Ich find das cool Wie zeigen wir die Welt Von oben Oh apropos Oh apropos Tadadadadadadadadadadadadadadada Was hast du angemacht Was hast du angemacht? Ich hole Ich mein äh Giveaway Ah Ah Den Gieferwelle Da hat er im Boot chillt die ganze Zeit Äh äh okay Darf ich jetzt irgendwas machen? Ne Äh ich hacke äh Nimbus Weboptics Bin ich jetzt in dem Block gleich drin Okay was kannst du Ja ja Erstmal Zugriff hat sich So schön Schön darin rumklickern Äh bist du im Keller Ebene 1 Eben 3 Aufzüge Ja Ja Das sind ich Ich nehme mal im Keller Äh Überwachungskamera Aus dem Keller guck Na die hier ist eine Überwachungskamera Bei mir Das ist irgendwie Rezeption Okay dann bist du Nicht im Keller Äh Äh Ebene 1 Erstmal da Erstmal finde ich dich Oh guck mal da läuft jemand Oh Das bin ich nicht Ich sehe deinen Heater an So Was muss ich hier machen? Leider ist deine Vitäologie in diesem Bereich nicht autorisiert Mitarbeiter Zugriff Das kann ich einfach auf Du musst mir sagen was ich tun soll ne? Brauchst du eine Mitarbeiterdatei? Ich habe hier eine Tür Leider ist ihre virtuelle ID virtuelle ID in diesem Bereich nicht autorisiert Das ist alles was ich sehe Okay Eingehende Kommunikation vom Partner Ähm Neues Profil Callcenter Agent Okay zustimmen Okay ich glaube die ist nicht bis zum Serverraum Ich muss wahrscheinlich so nen Anzugträger nehmen So Das heißt Ich komme wahrscheinlich nicht zum Hauptserver Kann aber zum Callcenter Was mir ein bisschen minimal fehlt ist ne Karte Dass ich weiß wie es geht Dann wäre es aber Ich habe auch keine Karte Dann wäre es aber echt leicht Ja Okay Wenn du einen Serverraum hast sag mal Bescheid oder wie? Oder musst du Noch ein paar Türen öffnen oder so Ich komme ins Callcenter rein jetzt Aber ob ich hier irgendwas machen kann Äh heute Das ist heute deine Arbeitsstation So ich bin an einem Rechner Plus fünf Punkte Anrufe Nach dem 20. Okay Okay Ich habe hier ein Mitarbeiterprotokoll Ich kann bestimmt einen suchen Der Empfänger Hausmeister Denkst du der kommt im Serverraum? Oh Ich weiß es nicht Hausmeister Ah ne ist Empfänger Ah hallo Team Callcenter Meine Ziele Ich muss hier irgendwas machen Ich mach das mal Das kann ich in die Oben angeben Ah Systeminformation ServerID VMS00 VMID Ich weiß nicht was du brauchst Das sind nur schwarz Oh danke Ich mach hier mal einen Vertriebsanruf So Oh Nur wen Alter ich Ich hab hier so viel Zeug zum gucken Ich kann auch Ebene 3 Aufzüge Aufzüge Anrufarchive Ach du gute Güte Ich hab also wenn wir einen Aufzug brauchen Dann Brauche ich die Seriennummer von dem Wo bist du hier gerade Du bist im Kurs hinterher jetzt? Ja Ey wenn du wüsstest was ich alles Ich hab meinen Haufen Geld für diese Brille hingelegt Und sie funktioniert nicht Null Totale Fehlanzeige Oh Arbeits Hat sie nicht einmal benutzt Das ist Betrug Hallo John Gut fangen wir ganz davon an Haben sie die Brille eingeschaltet Ende Hast du eine Termin-Datenbank-Arbeitsstation-ID Hast du sowas? Hab ich dir auf uns gesagt Hab ich Ja Sag mal Ähm Also Meine VM-ID Desktop Minus 1 Müssen Sekte 3 Stellen sein Oder? Arbeitsstation-ID Ja 774 Jupp 992 Jetzt kann ich die Datenbank bearbeiten Nice Ähm Crazy Camp Abteilung auswählen Technikzentrum Einkaufsabteilung Marketing Rechtsabteilung Hausmeister Personalabteilung Technik Buchhalter Ich nehme die Technikzentrum Ja Mach mal Technik Uhrzeit Wie viel Uhr haben wir Beispiel Ähm Ähm Ich sehe unseren PIN Achso 5 Uhr 8 Geht unten Bei mir Ich weiß nicht Bei mir halt nicht Achso Okay Äh 5 Uhr 8 Ich gebe dir mal 5 Uhr 30 den Termin Oder 5 Uhr den Tim 5 Uhr 5 Uhr 5 Uhr Meeting im Technikzentrum 5 Uhr Okay Hast du jetzt irgendwie auf dem Boden Irgendwelche Nope Keine Ahnung Überhaupt nichts Aha Wir machen So Suche weiter nach dem Haupt Technikzentrum Ich muss Ja genau Ich muss erstmal in Ebene 1 Hast du einen Aufzug in der Nähe Ich bin im Aufzug Aber alles ist verweigert Äh Hast du mir eine ID für den Aufzug Irgendwie Seriennummer Ah Se J D U Die sind wir gleich Ich brauche die Mitte Ah ok 7 7 7 8 4 0 2 Wir wollen dich auf Ebene Der Hauptserver war Ebene 3 Aber Technikzentrum wäre Ebene 1 Hauptserverraum Kommst du rein? Wahrscheinlich nicht oder? Äh wir müssen Äh wir müssen Richtig? Hä? Ebene 3 war? Richtig Cool Ähm Research and Development Ich brauche einen Netzwerkknoten Code Wenn du einen findest Sonst müssen wir dich erstmal auf Ebene 2 bringen Weil die ist bei mir auch noch gesperrt Äh Oh hier ist was Wieder so ein 4-stelliger Netzwerkknoten Code Äh Zugangscode meinst du oder was? Ja 4 7 1 1 8 Nice Schon sind wir in der Ebene 3 Äh Überwachungseine Ich habe Forschung und Entwicklung Und Hauptrechner Netzwerke Gehen wir erstmal da rein Äh Wir müssen durch Research and Development zum Äh Zum Warum? Ich habe die Sicherheitsdrohung Sicherheitsdrohung? Scheiße Moment Ich habe eine kleine Minikarte Vom Netzwerk oder was? Rezeptur müsste es in der Rezeption beim Aufzug stehen Und da müsste jetzt eine Drohne direkt vor der Tür sein Kann das sein? Oder kannst du durch die Türen durchgucken? Ich kann hier nichts sehen Ich sehe R&D der Labore Genau Oh oh Was hast du gemacht? Ich habe eine Tür geöffnet, dass du durchgucken kannst Okay So Nochmal zum Dings oder hast du das noch? Äh Ich bin jetzt Ich habe die Karte Ich sehe zwei Drohnen Ah hier sind die Ah hier sind die Verwachungsmonitore Okay Ich sehe die Drohnen Okay Äh Ich sehe sozusagen die Äh Wie sie fahren Und jetzt sind beide im selben Raum Okay Äh In dem Moment Oh Gott Also ich muss es kurz erklären Wir haben die zwei Räume vor dir Ja Ähm Das ist einmal irgendwas mit drei Tischen drin Und einmal was für das aussieht In der Küche Da fährt die eine Drohne durch Die macht erstmal einen Kreis Und dann fährt die im anderen Raum Und macht da einen Kreis, ne? Äh Ähm Und die andere Die fährt sozusagen in dem zweiten Raum Wo die Drohne ist Äh Reihen Sag mir einfach wo ich lang muss Am besten Genau Wir müssen ein Du musst ein Wenn ich sag Wenn ich dir die Tür öffne Einfach kerzengerade durch Okay Durch Zwei Also durch die eine Tür Die ich dir aufmache Durch noch eine Tür An Tischen vorbei Durch nochmal eine Tür Okay Probieren wir das mal Die Türen sind weiß In dem Sinne müsstest du eigentlich durchrennen können Okay Aber die ist bei mir rot Und Nope Okay Falls sie noch im Raum war Okay Das muss recht Okay Du bist noch drin Gut Äh Das heißt Das ist nur Ich muss nicht dahinter Muss ich wirklich warten Bis beide in den Raum angekommen sind Dass sie dich nicht sehen Okay Und Sobald die Tür aufgeht Einfach gerade durch Kannst du die nicht irgendwie abschalten oder so? Ich kann nicht drauf drücken Das ist es Wo bist du? Bist du im zweiten? Nein Es ist zugegangen Genau vor meiner Nase Scheiße Okay Neuer Versuch Die drehen Ja du kannst In diesem Bereich Nicht betreten Okay Hat es geklappt? Tada Bist du jetzt wo so eine Orangestelle Bist du noch Wo bist du? Bist du durch zwei Räume? Ja Gut, das heißt, du bist in dem Raum. Das ist ja schon mal etwas. Jetzt kann ich mal da raus. Hier ist Aufzug anscheinend und auch so Betrieb. Warte, du hast einen Aufzug? Wie bitte? Jetzt bin ich verwirrt. Also ich bin zweimal geradeaus gelaufen. Ach du Scheiße. Ja, okay, jetzt bist du in dem Raum. Jetzt müssen wir warten, bis die pinke Drohne wieder da ist, dass du durch die anderen zwei Räume kannst, wo die pinke Drohne durchfährt. Oh du Scheiße. Ja, sag mir, wo ich lang muss. Du bist durch den einen Raum gelaufen. Ja, okay. Also, es ist schwerer zu erklären, wie es ist. Du läufst wieder in diesen einen Raum. Geradeaus zweimal? Genau, geradeaus zweimal. Da bist du erstmal in Sicherheit, wenn du nicht gerade durch die Tür schielst. Ich wusste nicht, dass die aufgeht. Und jetzt. Gut. Du musst dir das so vorstellen, die eine Tür, die ist wahrscheinlich außer Betrieb. In den Raum wollen wir. Das ist der Raum direkt neben dir. Dafür musst du dann ein U schlagen durch den Raum, wo du gekommen bist. Aber dann musst du, wenn du rausgehst, nach links durch die Tür. Okay. Und wenn du da dann in der Tür stehst, musst du wieder nach links. Also jetzt hier nach links und gleich wieder nach links. Genau. Okay. Aber ich muss jetzt noch abschätzen, kann ich dich irgendwie zumachen oder so? Irgendwann schaffen wir das. Lass mich kurz mal gucken, ob ich eine Steuerung oder so bekomme. Ähm, ich krieg gar nichts. Links am Keyboard. Steuerung. Ich guck, äh, also ich, ich, das ist wirklich nur, dass ich dich da durchlotsen muss. Äh, jetzt kommt die in den Raum, wo du durchgelaufen bist. Dann geht die wieder zurück. Und dann geht die, ich sag mal, Küche. Was auch immer das ist. Sag mir einfach, wenn ich losgehen soll. Äh, mach dich bereit, mach dich bereit. Das war, äh, ne, bescheuert, ja. Ich muss dich durchlotsen, wenn die in dem einen Raum ist. Aber dann nicht zu schnell. Bis zur Tür gleich. Bis zu der Tür links. Genau. Warte an der Tür. Und dann gibst du mir wieder Bescheid, dann gehe ich da durch und wieder nach links. Jetzt zu der Tür. Bis an der Tür? Ja. Jetzt durch den anderen Raum. Los. Nein. Aber jetzt weißt du, wo wir lang müssen. Das ist doch gut. Okay. Oh, sch. Mach einfach auf, wenn ich lossehe. Aufregend. Wenn ich mal der Typ da laufen muss. Mach dich bereit. Mach dich bereit. Deja vu. I've just been to this place before. I are in the streets. Okay. Bist du durch? Ja. Okay. Ähm. So, eine erste Tür. Ach so. Okay. Und? Jetzt geht's los. Okay. Bin durch. Und dann müsstest du eine Tür rechts. Hauptserver, Hauptrechner. Darf ich da einfach so rein? Ja, die ist grün bei mir. Mehr habe ich auch nicht. Ja, aber nicht, dass da irgendwas dahinter ist. Das meine ich. Ausgabe ich sehe nix. Oh. Ich muss dir irgendwie Zugriff geben. Ah, das ist eine gute Frage. Ehe. Okay. Äh, Hauptnetzwerke. Hacking-Werks. Hast du neue IP-Adressen? Virtueller Dietrich. Nee, ich habe nichts. Also, ich habe jetzt nur Virtueller Dietrich. Hilfe ihres Partners anfordern. Oh ja. So. Zustimmt. Mach ich auch mal. Virtueller Dietrich wird genauen. Äh. Ähm. Da, fuck. Moment, Schloss beursacht ein... Ah, ich muss... Okay. Nee, du musst davon wahrscheinlich den Dietrich machen. Äh. Oder? Äh, ich kann nix durch. Oder rechts den Dietrich? Ich kann gar nix durch. Nee, das ist, äh... Warte, ich such gerade meine, äh, Stift des Hackers. Das sind deine Stifte. Ich habe keinen Hacker-Stift hier. Oh. Ah, okay, mit Rechtsklick. Hier ist es mit Linksklick, aber... Nee, mit Rechtsklick. Bei mir. Ich sag ja nur, bei mir ist es mit Linksklick. Wird wahrscheinlich bei den Blöcken... Ah, jetzt muss ich... Äh. Achso, jetzt musst du? Ja, äh. Ähm, ja. Die gehen... Bereit ist auch hier mit Linksklick, ja? So. Gut. Okay, wir sind jetzt. Hast du jetzt eine IP-Adresse? Nein, ich bin gerade erst mal in den Surferraum reingekommen. Ich gebe dir keine IP-Adressen. Ich mache es nur wieder Unfug. So, Surfer geschützt. Okay. Hopp. Oh, Hauptkonsole. Nice. Ähm, IP-Adresse. 176. Oh. Okay. 214. Mhm. 2-0-0. Mhm. 181. Fahre bieten. Sehr nett. Victor öffnen. Warte, drei Bedrohungen und schon ist das Scheißding weg, oder was? ich wechsle das netzwerk okay ich bin gerade ich brauche zahlen ich brauche zahlen ein training erkannt analyse ergebnis feier wo subtyp schraub zahnrad sonne das sind vier zahlen ich habe keine ich hab zahnrad und sonne aber dann kann ich dir nicht helfen was soll ja ich akzeptiere und hallo also irgendwas mit 0104 oder 0101 oder was auch immer aber ich brauche zahlen damit ich die firewall ausschalten kann wieder zurück ich habe wirklich gar nichts ich habe wirklich hat mir greift hilfe ja ich weiß nicht welches ach doch das ist irgendwas okay was hast du zahnrad links und sonne rechts links und sonst alles durchgehen kannst du dir nicht das symbol merken und auswählen aus denen hinten kann ich nicht ich kann gar keine meins links und rechts da okay jetzt kommt es deaktivieren ist jetzt aus bestätigen von der firework wird aktuell verbindungs eines unbekannten benutzer blockiert firework wirklich deaktivieren bei mir geht es weiter meine achterbahn jetzt kann gleich der antivirus wahrscheinlich und danach der kai wächter ich fühle mich die kation erforderlich okay bei der desinfektion befundene verdächtige dateien werden in quarantäne verschoben verdächtiges element so was siehst du gerade ich habe vor mir ein blaues gitter links und rechts von mir sind türen die auf die ich zugreifen kann da würde ich uns geben ich gehe mal links ja genau okay jetzt ich weiß nicht wo du hinguckst ich habe ein blaues vor mir direkt blaues tor ab geht dann die tür rechts von dir okay blaues vor mir dann hinter dir da ist auch noch eine so vor mir lauf vor dir dann die tür links von dir bin ich jetzt gerade der karantäne oder was blau wieder ja dann links von mir das wohl bei dir auch so wie ein labyrinth ich glaube ich würde gesagt oder sein ich habe dich wieder hergestellt ich fühle mich wie in der matar ja ich brauche irgendwelche symbole bedrohung aktuell analysieren ich brauche es ist eine pyramide mit dem kreis oben drin ohne dass die pyramide ausgefüllt wird neu gestattet okay ich komme wieder bereit wie dann den atari rein ich bin tot bedrohung analysieren moment kreis mit dem trifos wahrscheinlich das dann allein das da war es ich bin gleich es gibt zwei mit einer pyramide drin aber trifos ist der mit der pyramide mit der pyramide drin ja gut auch nö oh gott müssen alle drei sachen wieder machen ah nee ist der k.i.wächter so ach so ja ich habe ihn wieder mal okay und los ja ich muss erst ich muss ja kreis mit trifos ok der hat ja wird zurück gesetzt wird neu gestattet ich komme wieder rein betriebsbereit mit einer vr brille wäre das geil wahrscheinlich kreis mit einem umgedrehten dreieck und zwei wobbeln ja genau das habe ich nämlich vorher ausweg getrückt ich wollte erst top sagen zugehoben hauptrechner in vier drei zwei eins wie auch mit tracy camp das ist mir leid wieso ja bei dem mit der feier und so von wegen ja ich übernehmen volle verantwortung dafür dass das weitergeht mikrochips wird gescannt vertraulich mikrochips kopieren anfordern warten auf extraktion hat man wartet auf extraktion das muss ich tun ich war auch auf irgendwas ach so ich muss ihre motorbindung offen sicherheitsrisiko ich bin raus genau ich muss dich ausschmeißen anscheinend schnell raus was muss ich bei der ausgang keller was wohl lang keller ausgang technikabteilung keller würde ich mal sagen okay ach guck mal hier ich bin im aufzug im aufzug ich sehe es gerade und ich fahre nach unten in den kameras sehe ich gar nichts also da oben bist du ja die ich mein ich meine ich sehe gar nichts von irgendwelchen bösewichten oder so okay ich bin im keller angekommen scheiße abwehr geschützt moment moment bevor du irgendwas aufmacht da ist geschützt moment hier kurz wo bin ich wo sind wir dann dann kann ich mich da irgendwie grüßen ich wusste nur ich habe so viele kameras da ist ein geschütz im armen oder der mann oder erster geschützt derzeit aus es ist also aus ich kann weitergehen ergeben einfach weiter ich bleibe ich gehe mal weiter da ist irgendwo ein laser den ich sehe ich glaube der kommt bestimmt von der von dem geschütz ich finde ich kann ich such dich gerade da sind auch zwei schlösser an dem tor vor uns da sind wir nicht da hinten so soll ich jetzt einfach mal reingehen ich meine kann ja nicht schiefgehen okay manuell aus der kraft setzen das kann ich machen ja ja ich schieße dich ab was ist das da ist ein messer du musst du schon sagen was ich tun soll ich sehe ich bin nun okay ich habe hier ein elektrischer viewer so dass ihr hier verblattet je mal beim waffen ja ich muss hier irgendwas downloaden okay moment ich gehe mal aus der kamera das sind und war okay elektrisches relay und elektrisches relay hier oben neben dem ich sehe dich okay einmal ist hier ein elektrisches relay also ich zeig sie noch mal hier wo ich draufstehe ist ein elektrisches relay drunter und eins ist da oben neben der rechts neben dem was auch ist mit dem guten licht drüber also nein ich sehe kann ich habe schwarz weiß nein hier oben genau über mir über dem geländer das ist links von mir genau über mir sozusagen genau okay ist die tür jetzt offen ich glaube wir haben es mit der musste sein die frisur diese frisur mission completed to be continued afrika gott wie schnell drücken wir gehen in ein zug i like trains i like turtles business and the game immer vor und 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 ich sehe auch gar nicht auffällig aus wie überhaupt haben und den bildschirm von meiner nase ist ich meine das ist ja 20 38 wenn wir da bildschirme haben die einfach so entstehen dabei kohler war das sieht cool aus mein partner was brauchst du ich habe ich bin gerade ich sehe den zug ich kann die türen öffnen ich hab's tempo was 30 40 km h alter mein ich habe kameras sogar finde und hecke jay brenning ist unsere aufgabe ich kann umfangen elektrisch nachricht passagier was das okay wie heißt jay brenning jay mit j vorne ja die sind nicht alphabetisch sortiert doch jetzt so der hat wahrscheinlich einen job und vorlieben oh gott training his sonne ja ich habe nun jacobus branding j ich habe nur j punkt brennen ok wo haben wir ihn männlich auf seine ip-adresse auf jeden fall ja gut das sehe ich alles nicht ich sehe ich nur im wagen 2 ist ich mag den wagen geht es wahrscheinlich genau so da soll ein j brenning drin sein metro mail prime hat er und church of haven hat als app drauf keine ahnung was ist okay das metro was was mit mit rale prime wird dem of souls später nein das ist noch nicht und was war es church of haven genau irgendwelche jobs und oder vorlieben bei dir drin bestehen nee gar nichts ich habe nur seine ip aber das was jetzt mal auf mich noch mal den dateidecoder auf daten zieht dann so passwort warte bis dein partner den ersten versuch unternehmen die schlüssel zu ermitteln ich weiß nicht ach so mach mal 1100 ich weiß nicht ob du siehst aber noch mal einfach irgendwas warte okay versuche 13 korrekte ziffern eine nicht korrekte ziffer drei korrekte okay wer kann ich dir wirklich nicht sagen drei korrekte eine nicht korrekte auch da steht nicht welcher platz korrekt oder sonstiges nur gar nichts wirklich nur das auch ein bisschen mehr korrekte dann mache ich mal so zwei korrekte zwei nicht drei korrekte zwei nicht nene zwei nicht zwei richtig zwei nicht das jetzt okay dann ist das hier hinten auf jeden fall mal eine null das letzte immer noch selbe zwei falsch zwei richtig und am anfang war drei korrekte und eins falsch genau okay dann sind die letzten zwei wahrscheinlich und zwei korrekte und zwei korrekte an falschen position selbes zwei korrekte und zwei an falschen positionen auf jeden Fall dreh mal irgendwas ja hab ich schon die ganze Zeit so machen wir es mal so richtig J Brennan gehackt gut ich hab keine ahnung was wir jetzt machen sollen ich übertrage das Profil ja ich hab seinen Chat okay er ist im Zug äh ich hab einen zufällig Pendler gehackt diese schwarze Liste befindet sich im System der Person lade sie runter wenn du soweit bist noch nicht noch nicht warte auf sichere Netzwerkzone wie lautet die IP des Kuriers äh okay ich hab eine verschlüsselte Datei die tue ich mir gerade diese Datei ich schick dir gerade glaube ich eine ähm okay ich soll dir beim entschlüsseln helfen mhm oh nein oh oh ich hab wieder weh okay 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 oh Gott das müssen wir jetzt wieder viermal machen uuuh 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 oh Gott nein das ist nicht mein Lieblingsschiff uuuh Ju striving Jut uuuh uuha u który uuuh 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 er ist sehr schön das letzte wird jetzt wieder so hart o Oo ähm ähm ja wir müssen noch���ezein Oh nein! Und? Rechts, rechts, rechts! Oh! Oh! Die Töne! First Try! Oh! Datei erfolgreich! Die IP! Okay, ich hab die IP! Okay! Jetzt muss ich wieder die Patsa... 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 Mein Job ist erledigt! Ich steige beim nächsten halt aus! Das ist Wagen 4 war das, ne? Das... Naja... Achso, hier geht's zum Wagen 1. Äh... Ich such die... Hier Wagen 3. Wir suchen eine im Wagen 4, die heißt Hermann Aboy. Hermann Aboy. Und weiter? Aboy. Umfrage, Moment. Und... Ja... Mach mir vielleicht Wagen 4 auf. Bis zu Wagen 4. Äh... Habe ich? Danke! Und... Da ist Wagen 4. Lass mich noch in Ruhe. Hermann Aboy. Er hat... Oh Gott! Der hat Metro Line Regular, Music Man, TV Net und Church of Haven. Hier steckt... Okay... Ich habe irgendwie eine Umfrage, wenn du da was brauchst, wie würden sie die Überstunde im Juni bewirten? Äh... Bisher nicht? Ähm... Ich ignore die Umfrage mal. Sooo... Nein... 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 Die hat auch wieder Church of Haven oder sowas drin gehabt, ne? Ja, genau. Church of Haven... TV Net, Music Man... So! Ehh... Metro Rail Regular? Nee, ne? Doch. Music Man, TV Net und Church of Haven? Genau, die. Oder der. Männlich. Ist ein Mensch. Ja. Ist ein Mensch. Ne. Doch. Ist gerade wieder aufgeploppt bei mir. So. Drei richtig, eine falsch. Was sieht jetzt bei dir eigentlich aus? Ich musste die Zahlen zwischen 1 und 0 4 Zahlen Jetzt habe ich einfach 0, 0, 0 gemacht Moment, warte, was? Wir sind von einem Virus Ja, viel Spaß Ich habe tausende Fenster, Virus Analyst Ich habe Werbung Oh, ich mache meine Werbung zu Oh, hier, see how Oh, nee, darf ich nicht Warte, warte Wir müssen das irgendwie gleichzeitig schließen, oder was? Oh Gott, ich weiß nicht, was du brauchst Ich mache einfach eine Fenster zu Ja, das machen wir richtig Konzentrier dich Was zum Geier Ja, konzentrier dich, was? Beide Nutzer müssen dieselben Virenarten zugleich bereinigen Okay, wir konzentrieren uns auf die Frau mit dem Fenster Okay Fenster, 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 Fenster Okay, jetzt Brille Okay, Brille, Brille, Brille Brille Brille, Brille und jetzt das letzte, ne? Alter, was ist das so geil? Fenster zu machen Virus Virus bereinigt, genau Okay, wir probieren das jetzt nochmal vorsichtig, sagen Sie Ja, super Wahrscheinlich haben wir nur zwei Versuche dann Ich habe etwas gesehen, warte mal Äh, warte mal, was? Burning, es gibt immer noch Verbindungsversuche mit dem Kurier Gut, ich gehe Da kommt einer Da kommt einer Der kommt, der hat eine Erkennungs Geh zum Ende vom Wagen, keine Ahnung Okay, ich bin am Ende des Wagens Äh, der kommt jetzt durch die Tür Ach, warte, ob ich jetzt schließen kann? Okay, was? Siehst du den Typen, der da läuft? Ja Das ist, ich weiß nicht, was er macht Ich habe keine Ahnung Ja Er geht zum Kurier Ja, und jetzt? Ich weiß nicht Du musst doch irgendwie was sehen Okay, das haben wir verkackt, glaube ich Ne, jetzt, äh, jetzt müssen wir nochmal ran Wir können nochmal ran Äh Genau, geh einfach wieder ran und probier's mit der Passwortkodierung Weil der andere steigt jetzt aus und wir können noch vom Kurier Drei richtig, eine falsch Ähm Drei richtig, eine falsch Gut, ich kann die Schwarze jetzt runterladen Zwei an falscher Stelle Die Meier an falscher Stelle Zwei an falscher Stelle Wie können die an falscher Stelle sein? Ich weiß es nicht Immer noch zwei an falscher Stelle Eine falsch Immer noch eine falsch Nein, nein, das war Äh Immer noch eine falsch 30 Sekunden Immer noch eine falsch Immer noch Immer noch eine falsche Bullshit Richtig Hammer Okay, äh, was krieg ich jetzt? Äh Run Äh Run Was? Fange die Schwarze Ah, okay Run Haha Ich fange die Schwarze Liste ab Los geht's Er freut sich Und ich fange mich gerade an Oh, er schreibt Scheiße Benning, du bist inkompetent Die Datei ist weg Hm Im Zugmann Warum macht der eine Musik Warum macht der eine Musik da? Äh, ich, keine Ahnung Äh, 270 280 So Du musst wahrscheinlich zur Tür Bis ich was machen kann Nein, 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 ich habe keinen Zugriff auf diese Elektrische Äh, äh, rtf2 Sicherheitssperre Sicherheitssperre Oh, cool Äh, Sicherheitssperre Anweisung Äh, im Kühlmodul müssen von Zugführern freigeschaltet werden Um eingesetzt werden zu können Bringe die Hebel in die angezeigte Position Oh Gott Hast du zwei Hebel? Ja, ich habe zwei Hebel Äh, der linke davon, äh, auf, ähm 2 Uhr Also, der, der zeigt von 2 auf Ja Und der rechte? Äh, direkt horizontal Äh, also 12 Uhr dann, oder was? Nein, nein, horizontal Okay 9 bis 3 Also 9 bis 3 Kühlmodul freigeschaltet Äh, gut, okay Äh, Lateralkompensator Nur Bremsen Wie viele 16 Kühlmodule ein Okay Genau Äh Hast du einen Lateralkompensator? Laderegulierer Laderegulierer Wir haben Gib die Station-ID ein Äh, 2463 Äh, oh Gott Was haben wir denn? Wie viele Anzeigen leuchten? Zwei Äh, es leuchten zwei Anzeigen Sie befinden sich links, rechts, oben? Äh, unten Unten Äh, verwende die Gesamtladung in Höhe von minus 4 Von minus 4, okay Anwenden Okay Jetzt habe ich hier den, äh, Lateralkompensator Anzahl der Anschlüsse Ähm, sehe ich Achso, äh 3, 4, 5 Aktiviere die richtigen Anschlüsse 4 4 Äh, wenn es mehr jetzt einen roten Anschluss gibt Aktiviere den letzten roten Wie viele der Roten hast du? Es hat nur einen roten Äh, nicht Weil ich schwarze und ein weißes Ist der 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 Wenn nicht Dann aktiviere den zweiten Also den roten In dem Fall Ja, okay Und jetzt? Mehr habe ich nicht stehen Wenn es mehr als einen roten Anschluss gibt Aktiviere den letzten Haben wir nicht Es gibt nur einen Ah, wenn der letzte Anschluss nicht grün ist Aktiviere den ersten Oh Aha, okay Das war Ah, jetzt Okay Und dann Wenn es genau einen blauen Anschluss gibt Aktiviere den roten Ich habe hier unten noch Wenn nicht aktiviere den zweiten Das ist eine Anweisung Stell die Schieberegler nach der Farbe Des aktivierten Anschluss ein Schwarz Bezieher bei 95% Äh Okay Dann Jetzt haben wir die Sicherungsbatterie Oder wie Ja, genau Ähm Welche Komponente benötigst du? Ethylen-Carbo? Lithium-Ion? Lithium? Ethylen Nein Das erste Okay In Reihenfolge einsetzen Grün ist Reagenz Okay Grün Rot Äh, rot Blau Blau Rot Rot Grün Ich kann nicht mehr Ähm Ethylen-Carbonat Status Sauer, gesättigt, ätzend Instabil Ehh Instabil? Habe ich nicht Ethylen-Carbonat bist du Ja Okay, ja Ich habe jetzt hier Nachdem ich alles gemacht habe Stabilisierungs-Set Ach, Stabilisierungs-Set öffnen Okay Rückstände Rückstände Füge einen Tropfen Stabilisator hinzu Warte zwei Sekunden Und füge dann einen zweiten Tropfen hinzu Okay Oho, ist das hektisch Gut, ähm, weiter geht's Äh Ich glaube, grün war das letzte Rot, rot dann Also Ich weiß nicht, ob wir grün schon reingemacht haben Ja, das ist die Frage Wenn wir jetzt grün haben Grün, rot, rot wäre es dann zum Schluss Rot Rot Anwenden Okay Oh Gott Wie funktionieren Sie die LRR-Konsole Da Fehlernummer eingeben Ja, ich versuche Ich muss die Fehlernummer eingeben Achso Ich Ich habe hier nur LRR-Konsole LRR-Konsole Ich habe keine Fehlernummer Aber ich kann auch nicht auf die zugreifen Äh Muss ich die Fehlernummer Ich weiß nicht Ach, da oben Aha Mann Okay 4378 4378 Äh Ich habe einen Mann mit Ständer da Der steht Du siehst Äh Viereck Rechts unten geht ein Streifen weg Da vorne Ah Jetzt ist hier was aufgegangen Nee, das ist was anderes Das ist es Ich habe nur Deine LRR-Schlüssel Oh Ich kann als Ständer Ah Okay Mann mit Ständer Wie groß ist der Ständer Größer wie sein Kopf Der Ständer geht nach links Okay Ja Ich habe den Schlüssel Obwohl Da gibt es zwei größer als sein Kopf Okay Er guckt nach links Ähm Rücken nach rechts Wie groß sind seine Füße Äh Viel zu klein Okay Dann ist es der Gut Was soll ich jetzt machen Ich darf die rein Ich habe keine Ahnung Wird verarbeitet Okay 50 60 Hallo Wie geht es dir Der Motor wird gekühlt Darf ich jetzt Bremsen drücken bitte Das ist nicht Wir haben noch die Sicherungsbatterin Nochmal Lithium-Ionen Äh Warte mal Sind wir dann beim Kompon Oh Ne Ähm Aber links liegt Sicherungsbatterin Lithium-Ionen Äh Blau Blau Grün Blau Warte Blau 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 Grün Blau Grün Stabilisierungs-Set Warte kurz Ähm Sauer Sauer Fügel 5 Tropfen Stabilisator innerhalb von 2 Sekunden hinzu Okay Äh Was war das letzte was eigentlich ist? Grün glaube ich Äh Mir geht es auch sehr gut Äh Blau Grün Rot Rot Blau Grün Rot Sieht gut aus Rot Anwenden Mir wird warm Gut Ähm Jetzt haben wir hier nochmal den Darf ich jetzt bremsen? Den Lateralkompensator Oh Nicht der schon wieder Sechs Stück Wenn es keine grünen Anschlüsse gibt Es gibt zwei grüne Okay wenn es mindestens zwei weiße Einen weißen Äh Mindestens zwei Okay wenn es keine roten Keine roten? Aktiviere anderenfalls den sechsten Hä? Es gibt keine roten Wenn es keine Aktiviere den ersten blauen Den ersten blauen? Okay So Blau Platziere den Schieberegler in die Mitte Okay Gut Haben wir Jetzt müssten wir noch eins Laderegulierer nochmal Zwei leuchten oben Laderegulierer 8, 6, 2, 7 8, 6, 2, 7 Äh Was haben wir? Was? Zwei oben? Zwei oben Minus zwei Minus zwei Ähm Dann Äh Nein Da Ja genau Minus zwei Perfekt Was für eine Hektik hier Darf ich jetzt Bremsen drücken? Jetzt dürftest du glaube ich Bremsen drücken Oh Ich darf Bremsen Notbremse E Bremsen aktivieren Okay Ich durfte Bremsen drücken Ja ich habe Bremsen gedrückt Ah okay Guck Ich durfte meine virtuelle Bremse drücken Leider ein bisschen hektisch das Spiel Darum kann ich äh Nicht mal gleich antworten Oh wie deine Imtmantel Oh Ist eine Agentin Hat wahrscheinlich schon Leute erschossen Und sitzt da im Mantel Wir haben bisher noch keinen einzigen Menschen erschossen Ja aber er hat bestimmt Oh das Spiel ist cool Das macht Bock Das ist zwar hektisch wie Sau Aber macht Bock Digitaler Taufgang Tango Zentrale Tango Man muss uns beide halt aufhaben Das war die volle Ne Richtig Beim Wolfsbombon Der spielt das ja mit mir als Hacker Und da siehst du die andere Perspektive auch Wenn du die noch sehen willst Ähm Lohnt sich glaube ich Weil wir manchmal gerne aneinander vorbeiregen Aber sehr Minimal Oh ich bin im VR Voll geil Passt doch Ich hab kein Doch ich hab ein Playstation Ja aber Das haben sie nicht Das wär so cool Ja nur manchmal Stürf ich nur manchmal Was hat sie geschrieben Ich hab da ein Manchmal Fragezeichen Ich hab ein Darknet Knopf Darknet IP Adresse eingeben Seh ich nicht Seh ich nicht Genau So ging es die ganze Zeit schon So Was brauchst du Die IP Adresse Okay Ähm Unsere IP Adresse Ehrlich Ich hab nur ein Einen Knopf Das heißt Darknet Okay mach mal 222 Warten wir Ich hab dich kurz gedreht 224 224 162 Aha 183 Vergebete Dein Partner Ich seh dich Oh 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 Scheiße ich hab so ein AD Dreck Okay was brauchst du Ich hab keine Ahnung Ich glaub ich muss einfach hier gerade reagieren Ich spiel hier Wie heißt das Spiel Wo du den Dingern ausweichst Ja Frogger Ne Frogger ist was anderes Ähm Ich weiß was du meinst Jetzt muss ich irgendwas reparieren Verbindung Repair Okay So viel Zu reparierende Funktionen Eine Ähm Weißt du irgendwie Welche Funktionen Emulate Signal Emulate Signal Okay Reparieren Ähm Tu so als ob du ein Hacker bist Echt jetzt Echt jetzt Los Also Wir haben wieder Voll gut Ich sollte irgendwas eintippen So geil Äh 48 Höchster Wert Mittelwert Datenbank Niedrigster Wert Was zum fucking hell Äh Nächster Bereich Proxy Proxy Mittelwert Mittelwert Dann geh ich mal auf den Mittelwert Ja ich hab oben stehen Proxy wäre der Mittelwert Darum bin ich jetzt mal auf die Mittelwertschiene gegangen Weil ich hatte Werte stehen Okay So sieht deine Hacker aus Tracer nähert sich Brauchst du irgendwie Akkreditierung Oder so Keine Ahnung Ich sammle hier gelbe Sachen ein Ich auch Hinter dir sind zwei Tracer Ja ich weiß Achso Nähert sich Und jetzt ist er Achso Ah Repair Der ist einfach durch mich durch Das nächste Mal sagt du Bescheid Modulation Connection Modulation Connection Modulate Connection So geht das Ja genau so Reparieren Datenbank ist der nächste Bereich Datenbank niedriger Wert Okay Mainframe gehackt Das ist ja wirklich kompliziert Ich mach hier gerade hier F-Zero Oder wie das steht Ich hab hier immer noch Akkreditierung Erforderte hier 14k ACC Okay Oh Gott sei Dank Da war ein Lasergitar vor meiner Nase Ja darum Wenn du irgendwas brauchst 39S ACC Ja die ACC sind immer gleich Okay Tracer ist in der Mitte einer Okay Ich will den gelben Punkt Ich will den gelben Punkt Den kann ich nur einsammeln Okay Äh 76L ACC Okay Jetzt kommt oben noch einer hinter dir Einmal runter Genau Also oben ist bei mir links Achso ich Ich seh nur oben Okay Ja ich hab links recht Netzwerkabteilung Welche brauche ich als nächstes Weißt du schon? Ich seh hier nix Nächster Bereich Server Server Höchster Wert Bin ich schon drauf Gut jetzt geht's mal geradeaus Ich seh halt Ja ich weiß was Viel Spaß im Lurk Ich weiß nicht was du siehst Aber Das muss so kompliziert sein Äh ich seh So Was brauchst du? Äh vier Puzzleteile Ich hab keine Ahnung Äh Äh Ach du Scheiße Ziel 4,8 Gigahertz Ja hab ich auch hier stehen Aber Ähm Oh gut Ah Da waren wieder bei So das kommt gleich nochmal Äh Ver Dein Partner muss ein Stapel verbinden Ungültiger Stapel Was zu Geier Was äh Unten ist irgendwas Ungültige Stapelreinfolge Ich Weiß nicht was ich machen soll Äh ich auch nicht Ich seh auch nur das Ding Äh Eins und fünf Eins und fünf hab ich Ja Ich kann das machen Ich kann nur lenken Ich kann nix ziehen Kann ich was ziehen? Kommst du auf den Einser hoch? Ich bin oben auf dem Einser Echt nicht? Du bist bei mir auf dem Dreier Bei mir ist irgendwas auf dem Vierer Musst du vielleicht auf dem Vierer? Ich muss auf dem Einser Ich kann gar nix bewegen Geh du mal auf den Geh du nochmal zweimal hoch Zweimal hoch Ich kann Ich bin ganz oben Dann geh mal zweimal runter Oh Zeit ist um Okay Wir lernen das Du musst Das wird schon Ähm Okay Wo? Äh Zweimal runter Zweimal runter Warte mal Ähm So und so Ah da Du bist bei auf Vier Okay Du musst Was? Ich weiß nicht was ich machen muss Äh Du bist auf dem Vierer Geh mal auf dem Einser Ja Kann ich Nicht so einfach Weil ich dann an dem Zweier Vorbeikomme So Wo muss ich jetzt hin? Äh Zwei ist links Fünf ist Fünf Ist rechts Ich weiß nicht Ich sehe das ganz komisch Also wohin soll ich Geh mal hoch Ne runter Zweimal Ne kann ich nicht Oh Ich darf mich mit fünf verbinden Auf zwei dann? So ich bin auf zwei Äh Ich Ich darf halt Ich weiß nicht Ich muss repairen Ähm Welcher Router Blocker Und Scan Network Router Blocker Okay Absentlich Und Scandnetwork Force Scandnetwork Force Ich kann halt echt nichts drücken Bei den Dingen Da Stapeln Ich hab einen Der linke ist auf vier Der rechte ist auf zwei So wenn ich jetzt die zwei hier hoch mache Ist der rechte jetzt auf eins Ja aber wir brauchen ihn auf vier unten Okay Das heißt Hopp Ne Geht sie wieder auf eins Da Und Ah Synchronisieren kann ich jetzt drücken Dank Sehr gut Bevorstehender Sicherheitsknoten Okay Wiii Bevorstehender Okay Und wir Daten sammeln Alter Okay Daten sammeln Ich weiß nicht was ich Ob ich irgendwas machen muss Ja äh Hacking Tool wird geladen Ja ich auch Mal gucken was kommt Du so wie ein Hacker Äh Hä Was Verbindungen zum Partner Dein Partner hat 20 Punkte Aber das reicht ja nicht Äh Nur ähm Was Ich weiß nicht was man machen muss Ich nehme Datenwerk Mal zwei Okay dann mach ich rechtere Daten Beide Oh müssen wir drücken Oh wir müssen drücken Was schon geil ist das für Bullshit Wir sind auf 200 komm Partner kleinere Daten Ich weiß nicht was du kleinere Daten willst Ähm Ja vielleicht du Ich geb dich doch aus Okay ich kriegste einfach nur Äh wo ist mein Maus Okay ich kann deine eh nicht anklicken Sehe ich gerade Ach du Arsch Du machst mir ne Datenpakete kleiner Du Arsch Ich hab nur drauf gedrückt Ihr habt's gleich Und Achso ich durfte nichts mehr aufnehmen Okay Das ist mir doch scheinlich egal Wir müssen einfach die 200 Ja Gibst du mir einfach das mal Machst mir die Datenpakete kleiner Natürlich Warum auch nicht Ne Hey Drei Schritte noch zum Server So Ähm Ich hab ein Smiley Ähm Was soll ich aufdecken Welcher Smiley Ich hab mehrere Ich hab ähm Den ganz breit Kindenden mit ner ähm 3 8 3 8 3 8 3 8 Abgeschlossen Cool Ich hab ein Smiley Welcher Ja ich weiß Ping anfordern Was So Starten Okay nee Ping war nicht synchron Ja ich seh deinen Punkt Aber ich seh meinen nicht Okay Starten Hier Du musst mir glaub sagen oder? Ähm Ich Ich Ping lindern Starten Jetzt Zu früh Starten Jetzt Fuck Du musst mir wirklich sagen Ich muss in dem Moment Ich hab doch jetzt gesagt Ja Starten Jetzt War okay War im Bereich Netzwerkteilung Gut Netzwerkteilung Ich weiß nicht was kommt Proxy Mittelwert Okay Dann gehen wir meiner links Ich bin hier auf der Datenautobahn Keine Ahnung Okay Es kommt gleich wieder Was Zweimal hintereinander Bitte was 1,6 1,6 Ähm Plus 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 Minus 3,1 3,7 1 3,1 7,1 Okay Gott ist das hektisch Auf der Datenautobahn Mitnehmen Das mitnehmen Und das nächste Ich weiß echt nicht für was diese komischen gelben Punkte sind Oh nein Starten Jetzt Du hast schon früher geklickt Ja Ich hatte Panik Oh Gott 3 ist links Und du bist Der erste ist auf 1 Du musst 2 runter Mit dem Ding Okay Warte kurz Ich mach das mal So Ja Moment Ich muss meine Maus finden Oh Multidienstgängig bin ich schon da drin Server Okay bin schon Das ist ja Pure Hektik Ich war Panik Ich hab früher geklickt Tracer nehrt sich in 11 Ja auf deiner Schiene Ist der Gut Ja Ich wechsle sofort Jetzt kommt noch ein Tracer auf deiner Schiene wieder So genau Da so Kommt keiner Der muss auf 2 Der muss auf 2 Von 5 auf 2 Von 5 auf 2 Wechsel die Ja bleib in der Mitte Okay bleib in der Mitte Von 5 auf 2 So Nein Der ist unten geblieben 6,6 So Ja 6,6 Jetzt Tracer Sorry Das war jetzt alles irgendwie Oh 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 Das ist noch ein Tracer Reparier mal kurz Wenn du schon darfst Okay ich darf Eine Funktion Nein nein Ah Darkbank Oh Darkbank Danke Jetzt kam jetzt erst rein Ping root Fast Okay Ja mach wie ein Hacker ne Ja immer Du sollst ab du was ein Chips Okay Na gut So mal guck mal es kommt Ja der ist genau auf deiner Schiene Minus plus 9933 9933 Oh Ich kann sagen ich muss doch dem Auto vor dir ausweichen Äh 39S 39S Okay hoch Äh ich muss hier Ach fuck bin durch Jetzt gehst du auch gleich in den Tracer rein Okay Äh 44 Also 4,4 Da irgendwo 15k AC 15k AC Genau durch den Tracer wieder Ja sorry Äh Bypass Transmission Und Argument S Signal Erstmal Bypass So Was war das andere? Argument S Signal Argument Und Klammern S Signal Okay Oh Gott Okay starten Jetzt Scheiß Finger Diesmal kein Panikklick Okay Sehr gut Ich hab dir vertraut Ne ich Davor nicht Oh nein jetzt musst du wieder Punkte sammeln Oh Mann So diesmal schieb ich dir alles rein Von wegen Äh ich wollte die Daten Ich schiebe dir alles rein Aha Ja Spiel dich wie in der Handpuppe Mua 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 Die Tür wird geladen So 300 müssen wir Datenwerte Mehr Daten Beide mehr Daten Die werden schneller Blauer Marker Also blauer Zeiger Oh Ja Oh danke Das hilft Das hilft Einfach rein klicken Das gibt Ja Ich kann das nicht klicken Achso das waren schon Ich bin schon vorbei 169 Nochmal 69 Nice So Oh nein Oh nein Kann ich mich einfach in den Turm stürzen Okay Ich habe zwei Die machen hier den hin und her Tango Serverzugang Ich weiß nicht was du brauchst Ich mach mal Serverzugang Das ist das einzige was leuchtet Ich stehe hier wieder auf den Brettern Die du mir malen musst Ja Ich wusste doch nicht was genau da kommt Also die Sache ist die Die du gerade gemalt hast Die brauche ich gleich Und dann müssen wir ein Feld Nach links wechseln Und jetzt mal 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 Ah Da haben wir das weggenommen Okay Also kurz gefasst Wir haben die zwei Felder in der Mitte Ja Die hier Ja genau Und da sind jeweils die Nochmal so Löscher Links Die hin und her Ja Du tust mir auf der rechten Seite Malst du mir vor Bis Mal mal kurz ein Stück Lang Bis dahin Genau Bis dahin Und dann muss ich nach links wechseln Und jetzt mal 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 Fuck Ja da kommt der Löscher Oder Ne ne Und jetzt nach links Nach links Und gib Gas Super So und jetzt haben wir hier Einen Löscher direkt vor meiner Naht Ich muss kurz wieder löschen Hier so Ähm Genau Der hat links Äh Genau Mal einfach mal Warte ich mal mal guck Genau da will ich hin Da will ich hin Ne da willst du nicht hin Doch da wo du reingemalt hast Nein da willst du nicht hin Doch weil ich an dem Löscher vorbei muss Ja aber ich weiß nicht Ja okay Der Löscher ist die zwei Äh der kommt jetzt gerade zurück zu dir ne Ja Und jetzt mal 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 So So und dann musst du nach oben Oh ich seh's Okay Äh ja der andere Löscher hätte mich nämlich da komplett ausradiert Ähm Fuck Äh ich muss nochmal gucken Jetzt nochmal Oh es war knapp Oh nice Oh das ist ein blaues Feld Ja ähm Machen wir mal Ich weiß nicht ob da irgendwas ist Oh Äh wir haben den Äh Oh ich hab jetzt Übersicht Von oben Äh Es war ein Aufzug Okay Dann kommst du bestimmt hier raus oder so Ich weiß nicht wo du rauskommst Äh du hast den einen umgekastet ne Ja Mach mal zwei nach links Oder zwei nach unten Äh Okay Ne was ist das ist das unten Ist bei mir unten ja Okay dann rechts zwei Da Ja Und jetzt ungefähr sieben nach Äh Oben Dann bräuchte ich ein paar Genau Äh Weiter weiter Stopp Ich spring runter Und lauf da rein Okay Jetzt bin ich woanders oben Äh Mal irgendwie mal Siehst du ein großes Die Tür Okay gut Das sind drei Löscher Das heißt ich muss Ähm Wie machen wir das Warte ich mach jetzt mal Reißt du wo die Tür ist Ja hier Genau Äh Ich würde mich hier Also ein Loch nach unten Genau Nimm mal die von der Tür weg Weil da muss ich ja rein nachher Genau Auch den möchte ich haben Den den du gerade gemalt hast Ja Wenn ich jetzt sag Malst du einfach eine Linie Gerade nach unten Äh Nach rechts Okay Genau Die zwei kannst du noch haben Das ist okay Äh Jetzt die oberen Achso Und jetzt den Rest Okay Jetzt gleich Äh Okay Versuch was Wir müssen glaube ich Außenrum arbeiten Ähm Ach du Scheiße Wie soll man das Okay Also noch mal Ich glaube wir müssen Eine Treppe malen Weil die sind Alles das doch hier Genau Aber die kommen In so einem beschissenen Abstand Ja Dass ich das nicht Glauben bekomme Ich sehe halt nichts Ja Ich versuch das Die kommen halt immer In so einem Abstand Ich glaube wir müssen Eine Treppe mal Also Geh mal zur Tür Und mal auf der Auf der oberen Seite Die zwei hin Genau Und dann habe ich das Gefühl Wir müssen da dann Runtermalen Irgendwie so Moment Ich probiere es mal Achso Hat funktioniert Nice Okay Cool As planned Was siehst du Oh ich sehe Ports Ah Okay Nächster Schritt Irgendwo hier Netzwerk Ports Genau Ja müssen wir alle Aufmachen Ja müssen wir alle Ich weiß nicht Wir fangen mit Zwei sieben drei Nein Nein Okay Eins oben Ganz hoch Zwölf Uhr Das da Nein Nach Wenn du nach Da Ist das da Nein Hinter dir Das ist zwölf Uhr Ach das ist zwölf Uhr Das ist eins Ich weiß nicht Ich weiß nicht was Ich habe hier noch Irgendwas Rosa Gelb Blau Grün Ich habe nur Gelb Grün Gelb Gelb Grün Gelb Hä Okay Siehst du eine Karte Wo ist die große Tür Mit dem Schloss Rechts Rechts Okay Dann fangen wir doch Direkt mit der ersten Mit dem ersten Port an 127 steht bei mir Ich habe nichts zum eingeben Ich sehe nur eins und zwei Zwölf Uhr ist eins Und zwei links daneben Ist die zwei Ist eins Okay dann probiere mal Rosa, gelb, rosa Okay Rosa, gelb, rosa Nein Du bist voll an dem falschen Okay Bin ich jetzt am richtigen Ja Okay Das ist gelb, grün, gelb gewesen Ja Aber es ist nichts passiert Oh ich muss rein Ah Da fuck Äh ja Es gene jeden Port die Schlüssel So wie dein Partner Der Timing vorgibt Okay Gut Ich hüpfe jetzt nochmal rein Ja Und Egal welchen Knopf Du ruhigst Mach dich bereit Vielleicht kommt's Und jetzt Egal welchen Knopf Okay Du hast einen Schlüssel ausgelassen Okay Also ich sehe wirklich Nur einen Kasten Wo ein anderer Kasten Durchfährt Also Ich sehe halt Ihr habt nur Farben da Rosa, gelb, blau, grün Ah dann Gelb Irgendwas Super Irgendwas Ich hab die Farbe vergessen Gelb, grün, gelb Jetzt hab ich's verstanden Jetzt weiß ich was wir machen müssen Okay Gelb Grün Gelb Wir haben's richtig Jetzt weiß ich was wir machen müssen Okay Ein Hammer Genau Und dann zwei Links davon Okay Der hier Ist die zwei Genau Gelb, blau, rosa, gelb Gelb, blau, rosa, gelb Gelb Blau Rosa Gelb Alles gut Ich hasse Timing Entsperren So Ich mach dir die Tür auf Ich gehe durch die große Tür Gieß mal, bist du der Hacker? Oh, scheiße Ey, bin ich der Hacker? Serverknoten Okay Ey, ich hab ne Wand Oh nein Nein Okay Okay, mach mal geradeaus Nein, ne, noch nicht Ich hab ja auch noch irgendwas mit Gateway-Service-Noten öffnen Ja, genau Ich brauch erforderliche Schlüssel zwei Ich kann nur laufen Ähm Okay Du siehst die Schlüssel also Noch nicht Ähm Noch nicht Ich hab Ah, genau Moment Jetzt nach links Nach links Nach links Oh, da kommt die Wand Das war nicht links Das war mein links Das ist dein rechts Okay Okay Manchmal Wir machen's jetzt gleich Noch mal so Da ist die Wand jetzt im Weg Moment Und dann rechts davon bitte Genau Bis zum Ende Ich hab nur oben oder unten eigentlich Darum links Hm Achso Äh Äh Ich seh den Schlüssel Siehst du mich? Ich seh dich Da ist aber nur ein Schlüsselloch Ja, bei mir ist da hinten ein Schlüssel Genau Da hin will ich hin Äh Da drehen sich um die zwei Vierecke Drehen sich Löscher Äh Bitte nach da, wo ich jetzt hinguck Bitte schnell Nach da, wo ich hinguck Ich weiß doch nicht, wo du hinguckst Okay Achso Jetzt wieder geradeaus Okay Ich hab dich nur als Punkt Statt drauf Oh, da kommt ne Wand Kommst du zurück da Da kommt er ja nicht rein So Kommt die scheiß Äh Wand her Oh, die Wand kommt Ah Ich wollte jetzt dich extra nach oben leiten Okay Ah, da hat sich ein Löscher in die Wand verwandelt License to kill hab ich bekommen Dankeschön Wohin da kommt Ne, die Wand kommt im Moment Und der Löscher So So, und jetzt Ähm Bitte auf die andere Seite Der Wand bitte Schnell, schnell, schnell Das ist nur zwei Ja, auf der andere Seite Ich weiß doch nicht, wo du hin willst Ich weiß nicht, wie es der beschreibt Mal, los Los Los, hier, komm Geh da rüber Nein, da kommt ein Löscher Okay, aber wir machen uns jetzt nach da So, jetzt Okay, jetzt Andere Seite, schnell Oh, da kommt der andere Löscher Und ich schaff's nicht Nein Nochmal Wir gehen geradeaus Und wechseln in der Mitte durch Okay So, hopp Wir kommen So, ich glaub Hier haben wir erstmal ein bisschen Ruhe Äh, genau Los, weiter, weiter, weiter Ja Wir haben ein bisschen Ruhe Okay, jetzt kann ich glaub noch Ja, ich muss kurz mal löschen Ich glaub, ich kann noch Ich will einen Schlüssel durch die Wand Nein, okay Ach du Scheiße Du brauchst zwei Schlüssel Genau, bitte da das Viererfeld Das Viererfeld da Da Oh, Gott Seid doch Äh, da ist eine dauerhafte Wand Okay Also den direkten Weg schaffen wir nicht Äh, was Wir müssen jetzt Ach so Ja, weil da ist eine Wand, die bewegt sich Die bewegt sich nicht Die ist einfach im Weg Okay, und hier runter kommst du dahin? Genau, da muss ich lang Äh, jetzt Genau Warte, da kommt noch mal ein Löscher Jetzt Okay So Äh, siehst du dieses andere Viererfeld was theoretisch Neben dir? Äh, ja Da will ich hin Äh, warte, da kommt ein Löscher Hier ist so viel Hier ist eine Wand Da ist ein Löscher Das Äh Super So Okay, los Äh, w-w-was los? Äh, ich muss den Schlüssel Okay, jetzt Super Ich will Los Schabell Äh Ich hab den Schlüssel, nein Echt? Also du hast den noch mitgenommen Oh ja, nein Auf zum Aufzu Das ist so schlecht zu erklären Weil ich weiß nicht, was da in oben ist Ich weiß nicht, was da in Ey, fuck you Ich muss da durchfallen Ich weiß nicht mal, wo Du musst schon was sagen, Mensch Ja, ich musste da durchfallen Und ich Ja, ich musste den Serverknoten öffnen Oh Okay Gut zu wissen Äh, ich steh vor der Tür Tja Da stehst du richtig Wo muss ich hin? Ich muss weiter neben wieder Okay Wir haben Rosa, blau, blau Rosa, blau Rosa, blau, blau Rosa, blau Oh mein Gott Äh, rosa Blau Blau Rosa Blau Rosa Och, das war knapp Das letzte rosa war knapp Ich wusste nicht, dass da was Ich wusste, wenn das nicht da geht Ja, da hast du recht, Steffi Ähm Gut, okay Ich steh vor dem, den wir gerade gemacht haben Ja, zwei links daneben Aber schon wieder Wie das letzte Mal Aber das wird dir nicht gefallen Oh nein Rosa Ja Gelb Grün, blau, blau Grün, gelb Rosa Du merkst dir das schon Ich drücke Scheiße Rosa, gelb, grün Blau, blau Grün, gelb Rosa Das ist ein fucking Palindrom Das kriegen wir hin Wir müssen uns nur die Hälfte merken Umdrehen Rosa, gelb, grün, blau Äh, rosa Gelb Grün Blau Blau Grün Grün Gelb Gelb Rosa Oh, Gott sei Dank Kannst du mir jetzt die Tür aufmachen oder müssen wir nochmal? Machen wir die scheiß Tür auf, ey Ich krieg vor dem Lachen gleich Hyperventilation hin Äh, Cypher Server, oh, das sieht cool aus Power Cell So, Power Cell 1, betriebsbereit Ja, ich hab die 1 Oh, zum deaktivieren drücken Ich mach die 1 mal aus Okay, jetzt seh ich Pause 1 deaktiviert Muss, glaub ich, alle ausmachen Ja, und löschen Jetzt hab ich die USV gemacht Vorsicht ist geboten Gesamt ist auf den Daten auf der Lassen Gleichzeitige Aktivierung Ähm, okay Ich drücke Hierfür ist ein gleichzeitige Handlung Nein, warte kurz Was? Äh, Handlung deines Partners ist erforderlich Okay, 3, 2, 1, jetzt Ich muss halten, weißt Okay, 1, 2, 3 Nee, du musst nicht halten, oder? Okay Ah, wir haben es hingekriegt Einfach nur klicken eigentlich Server offline, naa Oh, er wirft einen Stuh Der hat genau so einen fancy Bart wie ich Wahrscheinlich, der Typ Warum hat der da so eine Das könnte ich aber Das ist der Plotwist dann am Ende Das ist dein Vater So Ein bisschen Abstand, Mikrofon, danke Oh, wir haben ein Bild von ihm Oh, im Spitzbart Oh, Umbrella Äh, Ella Ella Let me take a selfie Oh Gott, wer ist der? Also Mal gut, kurzer Moment Ich geh pinkeln Okay, dann machen wir kurz hier so Dann bin ich auch mal kurz AFK Bis gleich Bis gleich Kurz noch ins BRB rein Ich bin zu langsam Oh mein Gott Samuel Ich bin zu vapor O kam Buh Is da Ich bin zu blogger To Am No Auf Entend Was To Vielen Dank. 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 Ich glaube aber danach mal ja aus. Ich habe glaube mitbekommen, dass Sonya streamt, dann tue ich hier einfach reinschieben, die Leute reinschieben. Oh nein. Die Wortwahl ist schlecht. Die Wortwahl ist schlecht. Ich muss ja Angst haben. Ich muss ja Angst haben. Wir sind wieder da. Ja, mit einem unterbrechen. Ja, mit einem unterbrechen. Ja, wir können auch gleich wieder da weitermachen. Sehr schön. Ja, überspringen. Das haben wir ja gerade gesehen. Ja. 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 fernando ja genau fernando matter habe ich dir ich muss ich hab nur bilder aber ich musste auf jeden drauf gehen so sieht echt nicht aus wie noch stimm ich bin jetzt fernando zugangspunkt jetzt darf ich auch einen einlass scanner id irgendwann ich habe ich wüsste nicht wo ich da irgendwas habe okay ich habe nur liste der hausmeister nach hier ist was e zum aktivieren drücken hey hacking werkzeug so verbinden der einlass scanner janitor scanner passcode oh nein ich bin nur ich bin nur runter du ich hab halt auch widerstand ich denke ich okay ja bei mir ist wirklich oben lang oder unten unten 6 6 9 ja genau dachte ich mir auch gerade was für eine komische ip-adresse ich kann leider nicht sehr schön jetzt kommt schwester was kommt jetzt das ist bullshit oh mein gott oh mein gott ich weiß nicht wo nope so warten 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 ah nein nein aber schau ich dachte wir könnten es rechnen nein wuhu 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 ich KOLE ich HABT runtergedrückt ja sch arg scheiße oh ah yes mischen oh okay du hast die ip adresse äh warte hast du schon eine hausmeister id ich keine hausmeister id erst mal zugangspunkte so welche ip adresse gibt das hausmeister dienstplan sehe ich da irgendwas Also bevor du an den Scanner gehst, also ich muss dir glaube ich jetzt wieder eine ID geben. Oder? Ich kann in eine ID übertragen. Ich weiß es nicht. Ich habe in der Hausmeisterrei zwei Sachen. Für das eine brauche ich eine IP. Die hast du ja. Habe ich? Die haben wir doch gerade. Ja die musst du mir vorlesen. Die musst du dir noch eingeben. Darum habe ich dich gefragt. Hast du die IP? Hast du nie darauf geantwortet? Nein. 106. 669. 291. 291. 291. 669 so ein Bullshit. Haben die eine Ahnung, wie IPs funktionieren? Oh guck mal, jetzt sehe ich dich. Okay, du hast... Scan starten. Also ich kann den Scan erst starten, wenn du drin bist. Aber ich muss dir glaube ich die ID erst geben. nochmal den Hausmeisterplan. Ich bin... Ich habe doch die ID schon. Hast du schon? Okay. Dann hat sich das... Und jetzt stell dich mal rein und ich... Registriert. Scan starten. Ignorieren. Weil ich da nicht drin war, wurde der Sicherheitsdienst gerufen. Ah. Warte, finde eine Karte, damit du... Ach, leck mich doch am Arsch hin. Wo bist du jetzt? Bist du jetzt in der Hausmeisterei? Belüftungssystem. Karte. Wir sind Saukroboter. Oh, guck mal. Lüftschacht. Diese Karte an deinen Partner übertragen. Okay. Wo bist du? Weißt du das zufällig? Ach, da. Ich sehe den. Ja. Wo müssen wir hin? Deaktiviere Laser und den Ventilator. Okay. Laser wäre ja dann hier. Lasersteuerung ist hier. Ja. Das ist ein gelbe Typ. Ich weiß noch nicht, wer die ist. Kannst du da irgendwie durchnehmen? E drücken zum Öffnen. Lasersysteme. Hast du noch? Brauche ich den vierstelligen Code. Okay. Moment. Lass mich kurz mal suchen. Lasersysteme. Saukroboter, Luftschacht, Stabilisierung, Sicherheitssysteme. Was muss das sein? Laserraum. Ich gehe in den Laserraum. Ich sehe die Laser. Wenn dir das hilft. Nein, überhaupt nicht. Okay. Okay. Dann mache ich das jetzt mal weg hier. Saukroboter. Kann ich mit dem irgendwas machen? Ich habe hier noch einen Luftschacht. Ich habe ein Stabilisierungspanel hier. Komm ich da drüben irgendwo hin? Deaktiviere den Laser und den Ventilator. Genau. Ich gucke jetzt mal Richtung Ventilator. Ähm. Oh, ich kenne die Saukroboter. Oh, Wartungstool. Was ist das denn? Pickingwerkzeug. Ich kann die Gebäudekarten nicht. Wartungstool herunterladen. Danke. Okay. Schienenträger, Zugangstor. Äh. Ich gucke mal. Oh. Wo bist du? Wo ist dein grüner Punkt? Oh. Was siehst du denn? Oh. 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 Was machst du? Ich sehe dich in der Treppe laufen. Ja. Ich kann das Teil hier oben bewegen. Was für ein Teil? Äh. Ich habe keine Kameras. Ach, das ist das da dann? Okay. Okay. Und da komme ich nur mit einem Saukroboter rein. Okay. Kannst du ein Saukroboter übernehmen? Ich... Warte mal ganz kurz. Ich habe hier einen Saukroboter. So. Jetzt gehe ich mal auf Öffnen den 1er. Gerät hätten. Okay. Ich bin in einem drin. Okay. Ich bin in einem großen Raum. Du bist da. Okay. Dann rechts zu mir in die Richtung, wenn du die Gebäudekarte noch offen hast. Ey. Ich bin wirklich nur noch im Saukroboter. Ich sehe gar nichts. Okay. Dann erst die Tür gleich rechts neben dir. Da geht es runter. Ich komme mal zu dir. Ja. Du musst erst mal gucken welcher ich bin. Ne. Ich sehe dich ja. Auf der Karte. Aber... Ist das das komische Foyer wo du bist? So. Da bist du. Ja. Geh da durch. Los. Dadurch? Ja. Dadurch. Ich sehe dich. Gut. Schneller. Ach da. Ich kann die schnell machen. So. Jetzt gehst du hier durch. Sicherheitspersonal. Das Sicherheitspersonal. Aber... Ja gut. Das sehe ich ja nicht. Du musst da durch. Warte. Das sind Menschen. Ja. Wohin muss ich? Weiter. Also jetzt den Gang entlang und dann hinten rechts ist nochmal so ein Durchgang. Jetzt hole ich ihn gelöst. Ah. Ja. Ich sehe es. Aber da noch nicht durchgehen? Den kannst du glaube ich auch noch nicht raus. Ja. Das geht das durch. Gut. Gut. Ich muss es nochmal neu runterladen. So. Ähm. Ich mach auf. Nice. Okay. Ich sehe. Lese. Ja. Hinter dir ist jetzt auch Lese. Weh. Du gehst zurück. Oh. So. Ich musste dich halt jetzt die ganze Zeit da verfolgen. Okay. Das Zugangsdoor kann ich aus. Äh. Nicht runterfallen, Felix. So. Du musst halt hier vorne hin wahrscheinlich zu dem. Äh. Zu dem großen roten Knopf. Ähm. Das heißt. Folge mal dem Weg. Ich guck, dass ich mit dem Teil da hinterher komme. Kann ich durch die Laser? Was denkst du? Ja. Ich muss. Hab doch das Teil über dir. Aber du musst dich halt bewegen, damit ich irgendwas machen kann. Ah. Okay. So. So. Ich weiß nicht, wie nah ich an die Dinger ran kann. Das ist so mein Problem. Ja. Ich weiß halt auch immer nicht. So. Weil da hinten gehen die ja dann immer wieder hoch. So. Okay. Ähm. Oder ich muss da wahrscheinlich unter das Dach. Sonst gibst du den ja nicht. So. Jetzt kannst du dich anders hinbewegen. Wenn das. Ne. Muss nicht, ne? Muss ich gerade nicht. Ich wüsste jetzt nicht, warum. Ähm. 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 Okay. Warte. Ich komme wieder vor. So. Okay. Die Menschen so. Dieser Saugroboter bewegt sich komisch. Ach echt? Fällt mir nicht auf. Gehört. Ich hab ihn auf schnell. Darum bin ich für sich vorsichtig. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Saugroboter machen soll. Ob ich da irgendwie gegen fahren muss. Das weiß ich halt auch noch nicht. So. Jetzt bin ich hier. Kommst du hier irgendwie runter? Kannst du hier runter? Kannst du hier runter? Kannst du hier runter? Soll ich einfach mal runterfahren? Ja. Versuch's mal. Welche Richtung? Ich komme gleich. Zu mir. Dahin? Ja. Wuhu. Nope. Du hast leichtfertig einen Saugroboter zerstört. Hast du die Karte schon? Ja. Die Karte? Ja. Du hast die schon. Jaja. Ich bin auch wieder hier vor dem Laser System. Ah, da bist du. Das hat sich gespeichert. Ja. Ich muss noch mal den Saugroboter gehen. Ah, guck mal. Hier. Ja. Aber was dann? Hm. Also ich sehe nicht, dass es irgendwo runter geht. Oh. Ähm. Sagen wir's so. Ich kann nicht hoch und runter gucken. Das ist so ein bisschen problematisch. Ähm. Muss ich den mit vollem Karacho irgendwo gegen dann? Oder was? Warte ganz kurz. Ne. Du darfst den ja nicht zerstören. Ja. Ich guck mal kurz. Lassen wir den da mal stehen. Ich guck mal, ob ich was finde. Eine Luftschacht. Ne. Hauptschacht ist zu. Vielleicht müssen wir ja wirklich erst zerlesen. Aber das bringt ja auch nichts. Ähm. 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 Aber wie kommt man denn da runter? Ja. Vielleicht guck mal wirklich. Wenn du noch mal so ein Saugroboter da im Eingang übernimmst. Ich geh hier mal weg wieder. Dann geht's ja nämlich auch link. Wenn du zum Beispiel den hier übernimmst. Ja. Wenn du zum Beispiel den hier übernimmst. Mach ich mal. Wenn du hier mal durch gehst. Oh. Den musst du mir doch. Schnell. Ja. 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 Oh. Hier sind noch mehr. Kannst du. Also ich kann hier nur Lasersysteme entsperren. Aber mehr kann ich hier nicht machen. Oh. Guck mal. Ich brauche einen vierstelligen Code. Ja. 9172. Oh. Wow. Ähm. Hallo. Kannst du. Ich will grad nichts eingeben. 9172. Tada. Erleben. Oh. Saugimick saugersen. So. Dann geh ich mal hier hinten hin. Oh. Dann lass mich kurz mal zum Lesern gehen. Ja. Da hab ich. Ich weiß nicht was mich hier erwartet. Ah. Da bist du. Ähm. Okay. Okay. Du hast. Sechs Felder vor dir. Ja. Äh. Feldnummero. Wir fangen von links an zu Lesern. Ja. Also Nummero vier hat keinen Laser. Okay. Oh warte. Geh mal ganz kurz weg. Ich hab. Ah ne. Ich hab. Ah. Ich kann die Kamera bewegen. Okay. Drei Felder auf dem. Nach vorne. Eins. Zwei. Drei. Äh. Nach links. Zwei Felder. Ja. Äh. Dann wieder nach vorne. Drei Felder. Und dann an die Wand hinter. Ne die andere. Ne die andere. Wann. Ne. Zwei nur. Eins. Nochmal. Okay. Drei nach vorne. Eins. Zwei. Drei. Und. Geradeaus. Hallo. Also. Hätte ich vier nach vorne gekonnt. Äh. Du kannst jetzt durchlaufen. So. Moment. Lass mich die Kamera wechseln. Ich sie grad. Dich nicht mehr. Naja. Ähm. Musst du jetzt eh wahrscheinlich hacking tool. Virtuell über Dietrich. Ich. Ui. Okay. Die Panik schon wieder. So. Ähm. Kann ich dich festklemmen? Ah. Festklemmen können wir das aber nicht ne? Ah. Moment. Ganz kurz. Bevor wir das machen, müssen wir uns hier hinten kümmern. Wir können den da festklemmen hier. Meinen anderen. Meinen zweiten können wir festklemmen. Dass du genug Platz hast. Wir hätten aber auch den hier festklemmt. Ah wohl. Hä? Jetzt klemmen da beide fest. Gut. Ja deswegen. Die klemmen jetzt. Und dann müssen wir nur noch uns um die Sache kriegen und die Kämme. So. Ich lass jetzt. Ja die haben halt nicht geklemmt gerade. Okay. So. Gib. Okay. Warte kurz. Reicht euch das richtig? Ja. Nice. Easy going. Ah. Da ist meine Maus. Ich muss immer wieder meine. Ach du Gute Gute. Ähm. Achso. Du hast nur zwei Bewegungen. Nein. Ich bewege die gleichzeitig. Ähm. Kriegst du den Schüssel links bewegt? Ja. Ah. Beide. Okay. Wir sind beide. Okay. Warte. 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 Ja. Genau. Ähm. So schon mal nicht. Für was ist der da oben? Ja. Aber. Das bringt der jetzt. So hier machen. Aber der geht halt auch wieder hoch. Ähm. Okay. Es passt gerade doch nicht ne? Ähm. Ne. Wir kommen da nicht durch ne? Ähm. Oh. Ja. Das bringt schon mal nix. Das bringt schon mal nix. Ries. Sorry. Ich hab nur losgelassen. Ähm. Ähm. Irgendwas muss es ja damit ja noch auf sich haben. Oh. Schieb mal. Oder den unten jetzt. Oh. 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 Das ist so gut im Spiel. Physik. Ja. Oh. Die Physik. Ähm. Moment. Kannst du. Ah. Ich muss das oben dringen. Das ober dringen. Ja. Ach. Fuck. Ja. Was? Eins. Zwei. Und. Ja. Und jetzt. Okay. Die Dinger. Ach. Die Dinger bewegen sich so langsam. Ich muss den da in die Mitte ziehen. Äh. Wir können jetzt auch erstmal. Ja. Okay. Machen wir den in die Mitte. Genau. Und dann während der langsam zurückläuft. Ja. Genau. Den da oben schnell. So. Das war zu kurz. Ah. Der hätte ihn auch nicht berührt. Oh. Mein Fehler. Oh. 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 Kannst du den Schlüssel? Nein. Ich kann den Schlüssel nicht. Das hatten wir doch schon die ganze Zeit. Oh. Nein! Nein, doch! Ich will nicht, dass wir daran wieder so ein gescheites Dreck. Aber es hat mir auch schon die ganze Zeit, dass ich dein Entscheider nicht benutzen kann. Oh! Das war nicht lustig. Stopp! Was? Okay. Was hast du jetzt? Ich kann die Notabschaltung machen vom Luftschacht. Laser. Stabilisieren. Oh! Was muss ich machen? Ich muss irgendwas da vorne... So? Ich bin im Stabilisierungspanel. Ich warte auf deine Dinge. Oh, okay. Stabilisierungspanel. Ähm... Veloc... Velocitätssensor... Alter! Sensor... Sensor... Was brauchst du von mir? Äh... Sturzkontrolle? Äh... Seh ich nicht. Achso. Ich muss vielleicht aktivieren. Keine Ahnung. Nein. Hacking-Oberfläche wird geladen. Stabilisierungsschritte zehn Stück. Äh... Okay. Ähm... Dichtefaktor auf 5 festlegen. Jetzt da steht's. Dichtefaktor. Danke. So. Ja. Stoßaktivator aus. Stoßaktivator aus. Okay. Jetzt habe ich das gegriffen, was wir machen müssen. Partikelbeschleuniger aus. Stoßkontrolle auf pneumatisch festlegen. Was warst du hier? Partikelbeschleuniger auf aus. Okay. Kreisdrücken. Du als erstes. Hä? Was soll ich? Äh... Dichtefaktor auf 2. Kreisdrücken. Kreis. Ah. Dichtefaktor auf 2? Ja. Okay. Stoßaktivator ein. Äh... Deaktivierter U2-Ventil. Äh... Okay. Sauerstoffleitung auf mittel festlegen. Sauerstoffleitung. 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 Wo ist das? Was ist das blöde Ding? Ach, auf mittel. Äh... Ne, das ist ein Windmotor. Äh... Unten rechts vielleicht? Stoßbord. Thermalmodul. Windmotor. Stoß. Stoßbord. Energieaufladen. Habe ich. Stoßaktivator aus. Energieaufladen. Was? Partikelbeschleuniger ein. Partikelbeschleuniger ein. Okay. Stabilisierung erfolgreich. Now do the same for the fan that's blocking access to the ventilation shaft. Okay. Äh... Genau. Jetzt brauchen wir die Ventilatorsteuerung. Ähm... Ventilatorsteuerung. Ähm... Ja, das ist die, wo wir vorher waren. Aber... Ähm... Was wir da genau machen müssen? Ja, ich weiß es noch nicht. Ich komm... Äh... Hast du eine Luftschacht? Haupt... Ah, das kommt wahrscheinlich zum Schluss. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Moment, ich kann ja mal hier Energieversäulung zu Hausmeister rein. Nee. Ähm... Ich geh mal kurz auf die Karte. Genau, das ist das Ding, den Roboter. Okay. So, Roboter. Stehst du noch da, wo du stehen sollst? Ja. So, Roboter. So, Roboter. Stehst du noch da, wo du stehen sollst? So. So. Genau. Aber was jetzt? Wir müssen ja hier irgendwie runterkommen. Ich komm mal runter, Alter! Aber ich seh halt nichts, wo man hier runterkommt. Ich auch nicht. Warte mal ganz kurz. Ich komm mal mit dem Anderen. Hä? Mal gucken. Mal gucken. Oh! Ich bin der eine in die Kniekei gefahren. Was ist jemand? Das Bein gebrochen. Ich hab's gesehen. Oder gelesen. Wir müssen jetzt aber nicht nochmal machen hier, oder? Nee, ne? Hat er sicher gemerkt? Deaktiviere... Nee. Kannst du mal die Tür... Ja? In welchen Raum bist du? Welche Tür soll ich denn aufmachen? Äh, ich will mal in den Raum, wo du bist. Da kommst du nicht hin. Ah, okay. Immer werde ich ausgeschlossen. Ja? Das sind Treppen. Ah, guck mal. Ich seh es. Da ist ein riesengroßer Knopf. Ich muss mich auf den Knopf fallen lassen. Ah, vielleicht auch das. Oh, abends. Ich mach mir mal ein bisschen mittel. Äh, Wartungstool downloaden. Echt jetzt? Äh, war das die Sache mit der Stop-Stalk-Roboter stand da, wo er nicht stehen soll? Okay, so. Nein, du bist vorgefahren. In den Laser vor dir rein. So kann ich? Ja. Und du siehst ja die Laser, oder? Ja, genau. Daumen, ich hab mich eigentlich nicht bewegt. Das war einfach nur irgendwie... Wahrscheinlich hat sich die Platte bewegt, als du sie übernommen hast. So, das ist der Ring-Knopf, oder? Ja? Nein, jetzt... War ich zu langsam? Nein. Ich war ein bisschen zu schnell. Okay. Oder ich war zu langsam. So, jetzt schaffen wir's. Nochmal. Diesmal aber. So. Ah, immer vor die Laser. Weil hinter dir gehen sie halt auch wieder hoch. Ja, ist ja klar. So. So, jetzt müssen wir kurz auf die Kurve fahren lassen hin. Eigentlich kannst du's nicht so stehen lassen, weil ich hier runterfalle... Nein, du musst nicht da runterfallen. Noch ein bisschen bei der Kanne aus. Da... Noch ein bisschen? Okay. Komm auch gleich mal mit dem Aufzug wieder hinterher. Ich weiß nicht, wie genau wir treffen müssen. Ich glaub nicht so. Müsst du das so hinhauen? Ja, dann müsste das so hinhauen. Ha! Treffer! Stabilisierungsverfahren! Stabilisierungsverfahren! So. So. Ich bin da schon dabei. Ja, ich mach bei mir noch auf... Warte auf Partner. Ja, ich bin auch irgendwann da. So. Ähm. Hacking-Werkzeug. Aktivieren. Warte auf Partner. Hacking-Oberfläche wird geladen. Ähm. Sauerstoff-Mitteln. Leitungkontrolle auf Panik. Statuskontrolle auf das Mittel. Sauerstoff-Leitung? Leitung auf Mittel festlegen. So. Geht das? Ähm. Boardreset durch... Äh. Drücken. Okay. Äh. Velozy-Sensor auf 15. Velocität. Das muss ich drücken. Zwei. 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 flussrichtung auf nach oben festlegen das richtung nach oben ja windmotor 3 überladungskontrolle b auswählen auf der überladungskontrolle b auswählen das meint da anschluss grün einstecken das ist auch von dir Partikelbeschleuniger aus Partikelbeschleuniger aus Partikelbeschleuniger ich hätte mein eigenes ja ja Velocitätssensor 87 87 Kontrolle auf Baseline festlegen ich habe nichts für dich wir haben halt irgendwann mal zwischendrin eigene Sachen mit rein gemischt damit man schön auch durcheinander kommt jetzt kann ich hinunter äh 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 was soll ich tun? Hauptschacht einsperren muss ich um den Schneidbrenner zu verwenden oh guck mal das ist ja äh Seilsteuerung äh warte mal Klappe? was du mu- oh 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 ich kann halt nur nach oben oder unten ja du musst nur sagen äh ich halt die Platte fest und so gut warte ich äh ich weiß noch nicht was ich hier machen soll äh warte ich hab ja auch irgendwie Temperaturprobleme zurücksetzen äh ich hab ich hab mindestens direkt durch einen Metallstein geschnitten wie eine Lamaus um eine rote Stange zu schneiden ach so ich soll drumherum ich dachte ich muss genau die schneiden das wusste ich es ist ein bisschen ich hab auch ein bisschen viel zu tun hier gerade äh einfach mal nach oben warte ich kann diese Platte und nach oben ok dann habe ich noch das Problem dass ich Temperatur halten muss ich weiß halt nicht was ich hier aufschneiden soll geh doch mal ein Stück runter siehst du jetzt was? ja ok wow Temperatur, Temperatur, Temperatur nein ah ich fahr zu langsam sorry ok also man muss wirklich direkt davor sein ok äh Klappe so ein bisschen noch genau ah er meint sich wenigstens zu hatten äh wow äh ich jetzt? noch mal runter ein Stück oder? ach so ich muss das da oben glaube ich noch ein bisschen hoch so ah ich muss nur alles ok ich dachte ich muss mir dann den Weg durchschneiden also mich durch die Öffnung da also ein bisschen weiter genau ich habe hier einen blöden Winkel in der Kamera ich sehe das nicht so gut ok was kommt jetzt? kannst du mir da rechts ja genau jetzt muss ich mich ein bisschen drehen drehe ich jaaaa so hier habe ich irgendwie Laseranzeigen äh ok ah das kann auch keine Sauerwand du hast mich getötet ach komm so ich gehe äh so 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 ja oh wie gesagt ich habe einen echt beschissenen Winkel es kommt auch nicht wieder zurück oder? ich bin mittig es liegt an dir oh so ok sieht gut aus bei mir ach 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 hilft das irgendwie was ich mache? ähm ich muss jetzt halt wieder dreht durchschneiden ich sehe ich oh oh scheit ich sehe dich natürlich oh Moment genau da ich sehe den Alarm ok da wo du geschnitten hast ok wow ach wo darf ich weiter warte warte stopp geh nochmal auf den wo du schon warst den oben den zweiten ein bisschen weiter nach links von dir aus ja hier kannst du schnappen ok wunderbar da jetzt noch ein stück weiter nach rechts von dir äh komm ich da da wo du gerade warst da da weiter komm ich nicht nach rechts ist es war fies also du warst ein stück weiter ok hat sich reset Moment ich muss die klappe halten äh wo bist du wo ist dein gedöns ich sehe deinen Laser holen muss ich dich soll ich durch wir können ja auf der linken Seite anfangen genau weiter nach rechts viel weiter weit noch ein stück da da wunderbar der hat gar keinen viel weiter nach links noch da da ja beim anderen genauso da ja wird jetzt warte mal kurz einen Moment ich muss die Temperatur zurücksetzen so den kannst du auch komplett so darfst du mich jetzt ja ein bisschen falsch richtung genau den da ja genau den oben den unten da ja den anderen ist egal der nächste der andere Temperatur danke ähm viel weiter nach ja da musst du mich wieder ein bisschen verschieben oh weil da ist echt verkehrt rum äh genau da und beim oh geht schon auf hallo weißt du was ich geil finde dass das oh 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 ich sehe hier Laser auf uns zukommen oder ne geh einfach durch ich hab auch keine Alarm oder so dass das Kabel eigentlich jeder äh Physik trotzt weil oben waren ja auch noch Zeit für ein Detektor benutze die Evidenz-Database zusammen mit deinem Partner um einen Unlock-Cyphers-Comp-Skill-Comp-Skill-Comp-Skill-Comp rede mal test 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 da na kommt von mir ok dann kommt das Mikro wieder woanders hin ist dein Headset so laut dass du das krass äh ja du bist immer so leise deswegen muss ich dich lauter machen äh nach dem Videobeweis für Cyphers-Kriminelle Aktivitäten suchen Liste da unten Cypher-Pögerlichtannahannahme unbekannt anmeldedaten fürs Handy 8736 ähm Beweis-Datenbank Kameraaufnahmen Referenzindex hast du nicht ok nein ähm 8736 merken wir uns für nachher äh was hast du konfizierte Gegenstände suchen wir doch ich habe Geheimdienst äh Argentinien Beweisdatenbank Kameraaufnahmen technische so nach Videobeweisen für Cyphers-Kriminelle Aktivitäten suche Pfeifer bürgerliche Name unbekannt ok ich habe 3 Seiten ich mache das Kamera äh Seriennummer von der Handfeuerwaffe oh das hilft 24 warte 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 ich habe es noch nicht offen Seriennummer wie viel 24 hast du gesagt? ja ja 24007194 gut Handfeuerwaffe Fach 66 Fach 66 oder? dann gehe ich mal Fach 66 66 zum aktivieren drücken so richtig okay das bringt mir gar nichts immer meine kamera ich mache mal kamera auf soja ich habe nicht das handy und ok referenzindex ab der straftat referenz referenzindex oder inspekt oder ein datum gibt es dann kann ich dir das auch aussuchen aber wie gesagt ich habe die liste der straftat codes ich habe komplizierte wie gesagt ich habe die komplizierten gegenstände alle dann gehe ich doch mal auf verdächtige kurz art der konfizierten gegenstände straftat code geschlecht ich weiß nicht ich habe jetzt die waffe hier aber mit der waffe kann ich ja nichts machen ok steht da irgendwas zu handvoll war für bf 77 nice 8 gut 778 bf 778 da steht es nicht aber dann können wir doch bestimmt verdächtig die straftat code 78 wo habe ich das gesehen habe ich noch irgendwas mit kamera auf nein kamera aufnahmen kann ich also gar nichts mehr machen wir wollen keine hinweise referenzindex bf 778 bf 778 cybersquatting damit kann ich was anfangen cybersquatting ja cybersquatting ist csl csl verdächtige csl csl handfeuerwaffe und mobiltelefon genau das brauchen von liste der verdächtigen augusto was ques ich habe nichts mit namen das ist mein problem was kannst du denn machen ich weiß es nicht ja ich habe nur zwei datenbank einträge das ist die liste der straftat codes da habe ich noch name die zweite datenbank sind die komplizierten gegenstände ist es der gegenstand seriennummer referenzen und aufbebauungsgegenstand ok narkomi fk2 mobiltelefon damit fk2 fk2 ist fast 44 und da habe ich da habe ich hier das ist der 38 irgendwas 8 7 3 6 3 8 7 3 8 7 3 8 7 3 6 6 anmelden quantum of soul die haare was hast du gegen meine haare und vielleicht mache ich auch mal ein bisschen so dass mal runter irgendwie höre ich mich jetzt gerade noch so mit dem drachen in singapur urknall theorie big bang so jetzt ist das mikro auch so eingerichtet wie es die ganze zeit immer war von der lautstärke her ich kann dir vorstellen dass du dir deine ganzen steams spieler oder kaufen musst au ok das kriegen wir hin ich habe eine karte glaube ich mal ich habe die ganze stadt ich habe die bombenkoordinaten die sache ist nur ich habe gerade totale überforderung hier ich weiß noch nicht was ich machen muss ich gehe einfach mal den einzigen wegen lang der vorsicht wir haben sicherheitsdrohne direkt da wo du jetzt hinläufst da wenn du durch die da ist die sicherheitsdrohne ich sehe es ja kann ich weiter hoch oder ne in dem stock ist schon ein ähm eine bombe da müssen wir hin ne moment geht nicht geht nicht geht nicht ist sag mir doch einfach die ebene ja ich muss ich muss gerade mal gucken ähm wir müssen eine ebene höher also genau da hoch also 58 äh ja gut jetzt bist du auf der richtigen ebene jetzt müssen wir da lang geradeaus um die ecke stopp mhm da ist eine drohne ja genau stopp die ich muss mal gucken wie lange die fährt äh da gut zurück weiter und dann kommt rechts eine tür ne nicht zurück äh du sie fährt zurück du geradeaus los aha ah ne jetzt kommt sie gleich wieder pass auf ich sag nochmal bescheid zurück sie fährt zurück du musst jetzt gleich los und rechts die tür jetzt los ok und rechts ist gleich die tür nein nein weiter 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 die tür kommt irgendwann die offene tür so ok jetzt wirst du drin da ist keine drohne du läufst den ganzen flur lang und dann kommt er äh wieder raus wo zwei drohnen sind ok stopp ok ich muss jetzt da ist jetzt rechts rechts vor dir kommt eine drohne die ist die macht einfach hin und her die ist nicht so im weg die andere die recht die linke drohne ist das ok da musst du dich da müssen wir jetzt mal gucken ob du hinter diese drohne kommst weil da ist dann auch eine offene tür um die ecke ok also du läufst raus nach links die drohne hinterher ja jetzt am besten mal kurz und testen siehst du die drohne ja und dann gleich links kommt gleich eine tür die bitte rein ja die ist aber die idee ist aber verschlossen echt bei mir ist die offen also bei mir ich hab nur eine hologramm karte mehr kann ich nicht sagen und das ist wirklich der moment du musst hinter diese drohne kommen und irgendwie ich sehe hier ein schloss ok da ist echt ein schloss ok da müssen wir anders lang laufen dann ist gut kannst du mir ruhig glauben manchmal ja da musst du halt jetzt nochmal eine ebene höher gucken wir mal da was wir machen können wir können auch hier rein also wir müssen ja irgendwie durch die drohne gab es dann noch irgendwo eine andere tür wo man aber ich glaube das dauert echt lang also können wir mal eine ebene höher ebene 59 ja können wir mal eine ebene höher gucken oh hallo da ist gleich die drohne wenn du gleich in die tür gehst da ist auch noch eine drohne im flur aber wir können theoretisch aus wo da 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 links ok da bist du auf jeden Fall mal sicher wo du stehst so kurz vorhand die karte ich muss ich muss ich sehe ich sehe wirklich nur eine karte ein paar Wattelchen ich muss mal gucken wir haben die erste drohne die du gesehen hast die sozusagen draußen ist ja an der müssen wir eher vorbei ich muss mal kurz warten weil ich weiß nicht wie du an der da vorbeikommst die direkt vor dir ist ich kann ja mal hier lang gucken da ist nämlich auch eine tür nach draußen ja genau aber die führt nur auch zu zwei drohnen die eine ist hinter genau an der müsstest du auch vorbei also keine hier ist aber auch wieder ein schloss dran ich kann glaube die drohnen hacken oder so ja ok ich probiere es mal mit der 9er drohne 660 siehst du was ich habe jetzt eine emp ladung und das ist die für die im flur die drohne also du bist ganz woanders ok ich muss selber mal ausprobieren so kannst du jetzt die imp ladung auf der abgeben ja sobald die hier reinläuft bist du wahrscheinlich deaktiviert oder hoffe ich ah ne keine drohnenreichweite kannst du nochmal machen ich übertragste dir jetzt jetzt da bitte durch und dann einmal durch die tür links durch die nächste tür und da ist eine eine bomben koordinat ok hier ist eine muss ich hacken ok ich virtueller dietrich wunderbar schweiz heb mal den orangenen da hoch loslassen wir müssen einfach nur geradeaus runter ok und dann kannst du den runter ziehen die frage ist jetzt was ist das du hast jetzt bomben koordinaten remote verbindung koordinaten 49 4 3 4 8 ich weiß ich proxy scb 2 die brauchte ich nicht jetzt ich brauche nur die koordinaten äh genau jetzt müssen wir äh schalten wir mal die eine drohne da aus also du gehst wieder durch die tür rechts rechts äh durch den flur wo du raus wolltest da genau ich gebe dir jetzt die cyberbombe für die äh von dir aus links wo du jetzt gerade auch hinguckst das ist die nummer 8 das ist die 360 und versuch die mal die imp ladung wird herunter gelangen versuch die mal auszumachen ja ich muss halt ziemlich nah ran direkt auf die ecke kannst du es legen ja du musst mir sagen wenn die da ist und jetzt ist sie aus ok los ja die andere ist hatte ich ja nicht weiß nicht wie weit doch die sieht mich die sieht dich oh ok ok wieder zurück die 8 ist immer noch aus ok bleiben die aus wenn man die neutralisiert hat ja ok dann machen wir die 2 weg die 7 auch oder wie ja beide weil wir müssen da nicht mehr hoch aber ja ich schicke dir die 7 die sind die 300 ja aber wenn die uns beim hacken sieht genau ähm ist das jetzt für rechts oder links die ist die die recht die die linke wo du jetzt hinguckst ist eh schon wieder kaputt achso ich gebe das jetzt für die die dich gesehen hat vorsicht äh du die die ist noch nicht jetzt dreht sie um aber jetzt warte bist du um die ecke jetzt ist sie um die ecke einfach mal dahin legen sag mir wenn sie an die ecke ist genau wunderbar so jetzt läuft sie rein und da ist sie tot da ist sie tot du solltest du sagen wenn ich drücken soll achso du musst drücken ich dachte du musst das weiß ich doch nicht das hast du mir nie gesagt ich dachte du legst das hin und fertig du bist nein in den raum brauchst du eigentlich gar nicht achso hä ich dachte ich muss in den raum nein wir müssen jetzt zum treppenhaus aber jetzt machen wir was auf und jetzt gehen wir reingucken vielleicht gibt es extra shit wow achso knapp so jetzt schieb das da um sieht einfach nur bösartig aus und gibt es extra shit ich weiß es doch nicht okay egal da geht es da weiter wir wollen zum treppenhaus einmal treppe runter dann kriegst du den 5er 660 660 genau das ist die für die drohne die du frontal siehst die ist jetzt um die ecke die sieht ich gleich genau direkt vor die tür legen und zwar jetzt loslaufen oh ich muss das erstmal hinwerfen ja ja ich weiß die ist da noch stehen geblieben das wusste ich nicht hast du noch die ladung nein äh das ist die 5 6 6 hier jetzt ist sie um die ecke jetzt kannst du jetzt kann ich liegen hier geh liegen schnell bei dich und drück 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 ach gut okay wohin wollte ich ne wir müssen eigentlich treppenhaus wieder runter wir müssen ja einen stock weiter runter also da wo warte ich muss doch ja genau da wo du her kommst aber warum sind wir dann hier ja weil ich mich in der ebene vertrauen ja vorsicht das gleich eine drohne 25 das ist die für die drohne äh geh mal in die ecke legen genau und schnell wieder zurück schnell 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 ja und drücken nice so schnell jetzt da in den raum neben dir da ist nämlich die nächste bombe links von dir vorbiegen vorbiegen ah so ähm ja vielleicht warte 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 wow erst mal vielleicht das hier so wow wow die türen oh voll die herausforderung ähm koordinaten 8 4 6 9 9 1 8 euhh ich lokalisiere die cyberbombe das war cool ich hatte wirklich einfach nur ne Hologramm fase gibt mir einen moment du bist die person da da ist die drohne okay okay hier ist ein netzwerk knoten moment ich bin total überfordert ich auch was denn mit was wie ach nee das geht irgendwann aus okay ich habe hier netzwerk knoten geskinnt glaube wir haben jetzt vier besucher ich weiß aber nicht wo bist du gerade oder ich kann ja einfach mal skinnen muss vielleicht erstmal die netzwerk knoten skin haben die energie gigahertz anzahl ich sehe nichts zu den netzwerk knoten ich sehe nur die netzwerk knoten und kann die scannen jetzt habe ich dich endlich mal gefunden gemma gemma geradeaus ist dann ist da noch großes lager ja ganz anders ich habe nicht geschlossene tür gefunden da will ich gerne hin links bei der privateigentum drei draußen bleiben da die tür privateigentum draußen bleiben irgendwas eingeben nein so ich gehe weiter netzwerk knoten hacken was gehen hier sind noch ganz viele kannst du ja noch ich habe die idee gemma zu einer siehst kriegst du infos zu menschen nein vielleicht in der regulären doch in der regulären sie geht mal bitte links über die brücke einfach dann geradeaus ein bisschen rechts halten an dem haus vorbei geradeaus geradeaus hyper x genau da da ist ein menschenhaufen von vier leute da hieß heißt eine gisel giselle gero kannst du mir die giselle gero bitte passwort ja wenn du sie findest habe ich hacking werkzeug moment weil die hat die frequenz von der tür wo du vorher vorstand ist zwei korrekt zwei an falscher position das wird nichts bringen eine fall zwei an falscher position und zwar hier an falscher position und so eine falsch immer noch eine falsch eine falsch ich freue mich so wenn wir das andersrum spielen eine falsch keine ahnung ist was so richtig so jetzt kann ich die tür verboten als transmitter einstellen kann ich jetzt sagen ja mach glaub mal mehr kann ich nicht sagen okay ist es ist die blöde für jetzt offen anna jetzt ist offen geradeaus einfach geradeaus jetzt habe ich dir die tür offen ist da eine bombe ich bin ich habe ich habe ich habe dich verloren ach da links das haus links vor dir da ist jetzt auch die tür offen ist da eine bombe drin warte schloss knacken schloss knacken virtueller dietrich verbinden auch bitte sei wieder so leicht wie die andere auf nope ähm ähm das bin ich ähm ja ne wir können nichts festhängen ach du scheiße wo soll man das schaffen okay können wir das da oben vielleicht festhängen okay okay äh super das war jetzt einfach doch einfacher das ging ja echt langsam die Teile hoch ich dachte die gehen immer so schnell okay Moment die Älter hängen ja zusammen oh Gott muss ich die das ach wir müssen den den unteren müssen wir festklemmen da musst du den du siehst ja meine Maus den da machen wir warum machen willst du den unteren wenn du mit dem runter gehst dass der hier nicht im Weg ist weißt du so jetzt machen wir das mal los genau weil ich kann dir den dann hier aus dem Weg schaffen weil wenn du runter gehst kommen dir ja die beiden mhm ah der da wird ja hier komplett unten landen da musst du Platz sein ah stimmt aber ich glaube da ist ja auch noch eine 2 drin die habe ich nicht gesehen ähm okay also du willst das auf der anderen Seite haben so warte ich muss den da glaube ich komplett hinterziehen wenn du jetzt runter kommst das bringt nix müsste dann müsste ich jetzt runter okay hu äh irgendwie wie der immer zittert ne scheiße was ist das für Bullshit was soll das ich muss ähm was muss ich tun äh ich muss meinen Block warte ganz kurz ich muss meinen Block hier zwischen tun und während es den da halten lass kurz los lass kurz los ahhh ahhh so so also komm mach erstmal den da unten werden ist die Bum gefunden aber ich hab den ich hab keine Anzeige okay geh mal raus wir folgen jetzt dem Remote Ding also wieder raus aus dem Raum dann zu dem zur ersten Tür die da war und das Gebäude rechts von dir bitte das kleine ne jetzt das da da wo du drauf gehst da ist jetzt die Tür offen ist da was drin nö also hier ist was zum Passwort breaken aber das kann ich nicht machen ah ne du musst diesen geh mal wieder raus äh da dem bitte nochmal scannen den da den Knoten der da der direkt vorne die Tür der Remote Shutter der Bombe gut okay jetzt gehst du einfach an dem Haus hinter dir vorbei also links von dir jetzt da einfach vorbeilaufen okay und den Knoten den du siehst wieder scannen also einfach weiter 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 ich seh halt nicht die ganze Zeit Knoten okay äh da bitte der ist direkt neben dir rechts von dir der Knoten nein nicht der der andere der andere hier ist kein Knoten bei mir links von Treppe runter rechts von dir ist einer genau da wo du jetzt hinklotzt genau äh bitte was hat Matt 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 gemacht Pfeiffer hat dein Team hat dein Team eingeschalten okay da muss ich jetzt drauf achten oh Gott er nimmt die Drohnen rüber ähm wir müssen zum nächsten Knoten das heißt du musst an dem du musst auf die Drohnen achten ähm wieder in die Mitte vom Park nein nicht da lang da kommt der Drohnen drehen genau gegen die Mitte vom Park aber nicht da lang genau äh Vorsicht Stopp äh da kommt nämlich jetzt eine Drohne äh auf dich zu rückwärts einfach rückwärts laufen weiter rückwärts da kommt eine Drohne scheiße ich weiß nicht wo du hin sollst ah es ist sehr schwer zu erklären wenn du das top down siehst in die Richtung zu gehen ja rückwärts 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 okay äh eigentlich musst du jetzt nur geradeaus an dem Haus vorbei und rechts von dir ist eine Drohne zum Stopp da kommt eine Drohne auf dich zu okay jetzt und das Relais da scan genau da wo du gerade drin standest wie gesagt ich muss Ansichten dafür wechseln um sie zu scan ähm Stopp geh wieder ins Bombenhäuschen äh oh aber wir kommen dem Ding an weiter so du bist im Bombenhäuschen ähm wir müssen jetzt über die Brücke da sind ja diese zwei Brücken naja ähm ganz nach wenn du rausgehen würdest links davon okay ähm also wenn ich reingehe rechts ne warte wenn du rausgehst wenn du in der Tür stehst links genau die linke Brücke brauchst du genau Vorsicht jetzt kannst du raus nein nicht da langlegen das sind die zwei Brücken nein das sind die Treppen bei mir da müsste irgendwo noch Wasser sein da genau in die Richtung wo du jetzt guckst okay ich geh kurz hier rein okay rechts von dir ist eine separate Insel auf der Karte ja aber das sind halt auch Brücken weil da drunter Wasser ist okay okay das hab ich das sah für mich sieht auf der Karte blöd aus so du hast direkt vor der Tür gerade zwei ja ich seh es eine seh ich zumindest okay so jetzt kannst du raus und genau Vorsicht da ist eine Drohne über der ersten Brücke über die Brücke musst du jetzt gleich gehen äh jetzt über sie genau und dann ganz ganz weiter an den Rand an den Rand an den Rand an den Rand da ist nämlich ein Typ das ist wahrscheinlich der Cypher der hat auch einen Rahmen um sich rum ähm die Drohne kommt dir scheiße nah okay jetzt nach also geradeaus an den Rand halten einfach geradeaus auslaufen und geradeaus ist ein guter ja und links von dir ist nochmal so ein Access Point so ein Relais genau jetzt links von dir genau das brauchen wir okay jetzt müssen wir nochmal in den Bombenraum jetzt müssen wir wieder zurück in den Bombenraum äh Cypher kommt Cypher kommt das schaffst du nicht zur Brücke der hat einen riesen Kreis um sich rum oh wow okay jetzt ich bin im Bombenraum aktivieren jetzt kann man jetzt mich verarschen Bombenentschärfungstool öffnen ach du Gott zu gut äh 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 okay keep talking zündknopf hast du da irgendwas stehen äh ich habe Netzwerkports vor eingestellte Parameter Seriennummer falls dir die was bringt äh machen wir mal Netzwerkports finde die einzige nicht durchlaufende Nummer in jeder Spalte die einzige nicht durchlaufende Nummer soll ich verarschen okay ich hab hier nichts ja ich muss das durchdrücken dann kann ich dir wahrscheinlich sagen okay Port 1 ist 52 hilft das? ich muss hier 5 Nummern eingeben ich hab viel zu viele Nummern also ich kann auch mal 52 probieren soll ich? hab ich mehrere also Port 1 hab ich wirklich nur 52 ich hab 4 Ports ich hab nicht oder muss ich kann ich da irgendwas ich kann da halt nichts weiter anklicken ah das ist blöd das ist blöd das voreingestellte Parameter 52 ah musst du voreingestellte Parameter hast du da irgendwas? ähm also wir haben keine Zeit wir können uns der Zeit lassen also ich hab ganz oben bei mir steht voreingestellte Parameter 1 ist äh eine schlecht gezeichnete aus Strich elektrische Ladung hätte ich da kann ich wenigstens auch was machen gut okay Anzahl der Pins am Anschluss wie viele haben wir? wir haben 3 3 ok äh ein Virus kriegt eine 8 hä? ich hab ein Viruszeichen mit einem Pfeil auf einer 8 ein Feuerzeichen mit einem Pfeil auf einer 7 ein Atomenzeichen mit einem Pfeil auf einer 5 hab ich nicht ich kann mir drei Pfeilen eingeben ich hab gelb blau und grün warte mal hast du ein Passcode ähm gelb ist ähm das Atom ok das Atom kriegt die 5 Atom kriegt die 5 ähm 5 ok dann hätte ich blau das ist äh Feuerzeichen 7 was? 7 N 7 danke ich hör nur N so und das letzte ist dann ähm die Bombe die äh Atom 8 äh 8 äh 8 äh bestätigen ok Passcode 27921 hab ich nur Passcode 279 wie viele Zündknöpfe hat der Herr? ich habe bisher nur einen Zündknopf gefunden drücke den Knopf wenn die letzte Ziffer des Timers 0 oder 5 lautet wir haben einen Timer? ich hab keinen Timer gesehen bist du ok merkt man äh die Schlösser brauchen den Passcode Passcode dekodierer 2 8 6 7 die Schlösser ich bin verrückt ja keine da wo du vorhin warst ähm bitte ich noch Kabel elektrische Ladung hab ich oder ist das das Netzwerkports? ja ich hab ich hab vier Netzwerkports ok aber ja wenn du vier Netzwerkports hast das erste 52 war dann hab ich 537 mal für Port 2 537 ja ja und ich weiß du musst einen Passcode von 5 Dingern eingeben ja ja aber wir haben doch das erste und das zweite jetzt das war 52537 jetzt insgesamt oder was? ja das sind die ersten zwei Ports ja das sind die ersten zwei Ports die Sache ist ich hab jetzt vom elektrischen Ladungsbombenmodul gesichert hab ich einen Passcode bekommen müssen wir den irgendwo eingeben was denkst du? der ist fünfstellig der ist fünfstellig ja 27921 drei Passcode ungültig ok irgendwas jammert Steffi was? ja ich habe Einzündknopf ich habe voreingestellte Parameter oh die hast du? was hast du? ja ich habe voreingestellte Parameter der ein der erste ist ein eine zwei Hügel also zwei zwei Dächlein zusammen sieht aus wie ja vielleicht kannst du wenn du drauf drückst was eingeben nein er braucht einen Passcode was soll ich machen? ich kann da nichts ich kann auch nicht im rotieren steht hier aber ich kann nichts rotieren ich muss leider auf dich reagieren das ist mein Problem ich steht halt gut ne das ist glaube ich für die ganze Bombe dass ich das machen kann aber ich habe hier nichts Zündung wir probieren mal Zündknopf gut Zündknopf du hast ein Zündknopf 1,2,3 ja drücke den Knopf wenn die letzte Ziffer des Timers 0 oder 5 lautet steht bei mir ok ähm ok Bombenmodul gesichert ok ähm Kabel habe ich noch Kabel da fehlen mir letzter Schritt da fehlen mir zwei Sachen um weiter zu machen drei Sachen ok ich habe Passcode willst du diesen irgendwo eingeben? ich habe es doch schon probiert also Passcode hast du einen fünfstelligen Passcode der abverlangt ich habe da 37921 mal probiert 2 Duo 7921 ja gut wenn Port 1 den niedrigsten Wert hat rot eingeben ich weiß nicht was hat der Port 1 hat den niedrigsten Wert ok rot also nein ähm wenn Port 2 den höchsten Wert hat blau eingeben harter warte wenn Port 3 die einzige ungerade Zahl ist grün eingeben das ist nicht ungerade ok wenn Port 4 die einzige gerade Zahl ist die ist ungerade ok also blau sagst du äh das Problem ist Port 1 ist die 52 Port 2 ist die 537 das ist die größte und die kleinste und Port 3 422 und Port 4 ist 297 aber dann äh ok also ich geb blau ein ja also Port 2 hat den höchsten Wert ja gut ok hat er genommen ähm vor eingestellte Parameter genau kannst du was drücken ich kann immer noch nichts drücken ok ich muss einen Passcode eingeben einen vierstelligen Passcode 2867 gut ich hab kann jetzt hier zwei Hügelchen zwei Dächlein zusammengeschraubt ist Nummer 1 zwei Hügelchen ja ok äh umgedrehtes äh Handy WLAN also vier Streifen die kürzer werden so jetzt hatte ich ja äh ne Lifeline also dieser Herz Molitorz ja gut ich mach die Kabel auf Zeit bis zur Detonation äh Kabel schneit Protokoll nur eine Aussage stimmt wenn das gelbe Kabel sich zwischen zwei blauen befindet nein wenn ein blaues Kabel sich neben einem grünen befindet nein wenn zwei rote Kabel sich nebeneinander befinden ja schneidet er das grüne Kabel durch während Schaltkreis 3 blinkt ah ok warte kurz während Schaltkreis 3 blinkt gut oh jetzt jetzt wirft er mehr wie nur einen Stuhl er hat keinen Stuhl mehr zum werfen oh ne wir stehen hinter ihm mach 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 war's das schon mit dem Spiel schade glaube ich oder? das wäre sehr kurz alter wie das absolut nicht dieses Outfit wie das nicht passt zu den Gesichtern und den Haaren und den Bart und allem vielleicht auch schon mhm vielleicht bringen sie ja mal DLCs mit anderen Bossen oder so oder? jetzt kommt nochmal neue mit anderen Bossen sag ich doch anderen Fällen wir haben dafür jetzt fast drei Stunden mehr gebraucht mit einer minimalen Pause wegen Internet der Fall Cypher ist abgeschlossen ja oh jetzt wird es spannend weil sechs Missionen selbst für 17 Euro wäre das ein bisschen deponierend hm jetzt spiele ich jetzt auch noch ein paar von denen oder? äh irgendwas machen Missionen auswählen die erste das war Niederlande die haben wir schon in der Demo ja wir haben ja wir haben echt nur sechs Missionen wirklich? welche waren dann coolsten? also wir haben ja unten auch mit äh wer wen schon mal gespielt hat in der Mission also müssten wir die erste auch nochmal machen dann starten wir dann müssen wir das jetzt nochmal machen aber diesmal hast du da rumlaufen scheiße äh überspringen ok genau können wir jetzt überspringen nachdem wir uns schon mal gehört haben weh du guckst auf meinen Monitor weh weh geh weg vom Fenster gut warte auf Partner ich bin voll im Cybersace wann geht der Hecknetz weg so ich hab die Musiklautstärke auf Null gemacht ich höre die Elektromusik Überwachungskameras oh hallo ruf mal Sicherheitspersonal Notstopp und Sicherheitspersonal Entschuldigung das musste sein ja bisschen davon oder doch lieber jetzt hab ich mich eintintet jetzt hab ich mich eintintet Überwachungskameras gucken wir nochmal rein irgendwann mal fertig hier ich konnte die Aktivieren mach mal nochmal Winter Winter? ja bitte ja bitte oder Strand ist mir wurscht welcome in the winter wonderland ah da ah da okay Strand bitte noch bevor wir die Tür öffnen okay 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 warte gut weiter aww nope oh ich kann sprinten das sind wirklich ja da gebe ich dir vollkommen recht zumal du mal Basko -hacking Ah, ne. Oh nein. Seh ich nicht. Oh nein. Weißt du, was das ist? Ich hasse dich. Das Spiel ist das einzige, was ich nicht leiden kann. Wir gehen unten durch. Wir gehen unten durch. Ich will das sanft machen, hallo. Oh. Oh, sagt noch. Easy. Schaffen wir das. Obenrum? Obenrum? Ja. Aber du bist ja, du musst ja nach links oder nach rechts gehen. Ja, ich habe immer gebremst, dass du Reaktionszeit hast, weil... Ich bremse doch. Ich bremse hier, hallo? Oh nein. Mehrere Heins. Was brauchst du? Werferzugang kann ich nicht. Sicherheitssysteme. Genau da. Und auf der anderen Seite rechts? Da? Genau vor dir. Nein, 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 nein. Hinter dir. Da ist da. Ich habe keinen... Du guckst so ziemlich genau... Ja, da, 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 da. Wo du hinguckst. Ganz auf dem Boden. Ah, da. Gut. Lasererkennung wird hochgefahren. Geht er weg. Blau 70. Blau 70. Nein, so. Ja, du musstest irgendwie ziehen. Das ist ganz seltsam. Äh, ja. Habe ich? Ich habe... wird zurückgesetzt. Muss ich hier auf irgendwas zurück? Egal. Ähm. Wir fangen da oben an. Okay. Wir haben... Blau 205. Siehst du? Du musst es komisch ziehen. Dann wird er... Du musst es auch halten da drauf. Ja, das ist ganz seltsam. Äh, blau... 48. So, jetzt haben wir blau und gelb. Wie oft musst du dich sterben lassen, um den Erfolg zu kriegen? Hä? Wie oft hast du dich abstürzen lassen? Keine Ahnung. Ich habe nicht mitgezählt. War ja aus Versehen. Ja. Äh, blau 6. 4,2. Okay. Das schaffen wir nicht zeitlich, oder? Doch. Äh, blau 2000. Gelb 1200. Und lila 3,9. Moment. Hä? 3900, ne? Ja. Ja. Ach. Sollte... Komm, doch. Och, geht doch. Ach, geht doch. Aktiven. Was brauchst du? Serverzugangstod 8630. Okay. Tada. Hello. So. Oh. Ah, ja. Ähm. Da kommt gerade der Löscher. Aber wir können... Genau. Kannst du schon rüber? Äh, jetzt kommt der Löscher auf der anderen Seite gerade. Warte. 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 Kannst du gleich wieder die Teile hinmachen? Danke. Nein. Nein. Okay. Nochmal. Wie willst du es? Ja, du kannst jetzt gleich rüber und dem... Genau. Du siehst jetzt, wo das ist. Nochmal. So. Und der kommt jetzt gerade an mir vorbei. Oh nein. Hä? Du hast ja... Es wird auch passiert. So, jetzt ist er an mir vorbei und kommt gleich demnächst, äh, gerade schon. Warte kurz. Ja, jetzt kommt der nächste schon. So. Und hier? Ja, ne. Ah, ne. Äh, du musst nach da... Ah! Ah! Uhuhu! Nein! Ich habe ihn gar nicht gebraucht! Warum dein Leben? Es ist viel zu hektisch. Ja, ach! 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 Hast du nicht saust! So. Silvergut-Zugang. Entsperren. Gut. Ähm. Ich... Du musst... Nein. Das ist es nicht. Guteilt. Nein. Virus genommen. Ja. Verbinden. So. Okay. Wir haben Kasten. Hörst du mal auf zu wackeln? Nope. Ah! Jetzt muss ich einstellen. Kann das sein? Ja, du musst das mit A und D die ganze Zeit machen. Okay. A3 ist der von rechts unten nach links oben. Ja. B3 der andere. Auch rechts unten. Von links unten nach rechts oben. Ja. B2 der untere Strich. 2. B4 unten und rechts. Okay. So haben wir's. Nice-o. Fleming. Alistair B. Fleming. Event Unloved. Event Unloved. Mission 2. Oh, ich freu mir auf die Zug. Ja. Da kannst du dich drauf freuen. In diesem Scheiß ein falsch, drei richtig. Nachweichen. Oh, hallo. 2 falsche Stelle, 2 richtig. Okay. Guten Morgen. No ID Error. I am Aria. Your augmented reality interact. Okay. Ich gebe dir also Access zu dem Christ. No ID Error. Ja, genau. So. Überwachungskameras. Was ist das alles? Okay. Das wollte ich eigentlich nicht. Erst mal angucken alles. Ja. Bei mir auch. Achso. Zurück. Ebene 1. Mitarbeiterzugriff. Ah. Ähm. Man hört hier Stimmen. Ja. Okay. Achso. Wir müssen weiter. Oh. Sind die alle Tracy Camp? Das wird wieder die Tracy werden, so. Leider hast du eine rote ID. Ich krieg irgendwas. Was krieg ich jetzt? Tracy Camp. Red Hat. Ja, die hab ich dir auch gegeben. Ich muss mit der Tor... Interne Dienste. Was ist das? Darf ich sie heute am Arbeitsziel erinnern? Ja, bitte. Ich hab kein Arbeitsziel. Tracy. Mitteilungsbrett. Was ist das denn? Hallo Leute. Es braucht noch jemanden mit Jogger für die Mittagsworte. Dann käme ich. Das ist der Hammerzeugt für ein Technikzentrum. Okay. Ich brauch wahrscheinlich wieder einen Termin im Technikzentrum. Aber du findest... Du kannst ja auch mal was anderes probieren. Ja. Ich brauchte vor allem deine Arbeitsstationsnummer. Oh. Oh. Aria hat gesagt, ich bin... Hoppisch. Ey, das ist wirklich Arbeiten für dämliche Leute, ne? Hier ist dein Arbeitsplatz. Ja. Hier ist heute dein Arbeitsplatz. Genieße ihn. Oh. Es gibt hier unten noch alles eigentlich. Ebene 3. Ach, das ist was anderes. Hm. Aufzüge. Okay. Okay. Ich kann also nur Ebene 1 machen. Okay. So, bist du an deinem Arbeitsplatz? Warte, ich gucke kurz. Oh. Na. Äh, ja. Deine ID? 6 Stellen. Ich hab nur Numbers. Ah. 7, 7, 4, 9, 9, 2. So. Gib mir mal ein bisschen mehr... Du hast ein Meeting mit... Mit wem hast du mal ein Meeting? Na gut. Ähm. Wie spät ist das Meeting? 5. 5. 5. 7 haben wir jetzt gerade. 5. 5. 5 Uhr 7. Das heißt... Bestätigen. So, dann müsste ich wahrscheinlich in die Aufzüge. Dann brauche ich die Seriennummer vom Aufzug. Äh. Ja, Steffi. Wir sind auch manchmal so auf Arbeit, dass wir uns anmeckern. Das hätten so sein müssen. Ne. Hä? Was? Ja, Steffi fragt gerade, ob wir auch so auf Arbeit sind. Ja, wir sind auch so schlimm auf Arbeit. Äh. Was brauchst du in der ID? Du, 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 du. Ja. Äh. 7, 7, 3, 8, 4, 6, 2. 3, 8, 4, 6, 2. 7, 7, 3. 8, 4, 6, 2 war's. 8, 4, 6, 2, ja. Du möchtest natürlich auf die zweite Ebene, ne? Ich möchte da hin, wo du mich hinschickst. Okay, dann. Komm. Eigentlich müsstest du mir sagen, wo ich hin muss. Wo du hin musst. Du bist der Typ am Computer. Nein, bei dir steht nämlich, wo der Server rum ist. Erfinder einen Weg in den Serverraum steht da. Ja, bei dir steht, wo es lang geht. Gib mir mal auf die Frage. Aber wir schicken dich mal an die. Ja. So. Jetzt sind wir ja auf Ebene 3, ne? Ja. Das war vorm Aufzug, wo das dann... Uh, wo bin ich jetzt? Uh, da läuft jetzt rot. Oh, das war falsch. Ähm. Mein Keller wollte ich nicht. Doch, Überwachungskamera. Was hab ich denn hier? Nimbus F3 Sicherheit. Zugangscode 4682. Okay, 4682. Äh, 86, sorry. Kann ich mal lesen, Idiot. Was war's? 4686. Uh, hier sind Kameras. So. So. Forschung und Entwicklung musst du wahrscheinlich durch Sicherheitsdrohnen. Okay. Ähm. Jetzt, was ich mein, ne? Okay. Ähm. Ja, wir müssen uns das kurz angucken. Katze, mach das nicht. Du bist... Kannst du ihr die Maus wieder rauslegen, Steffi? Ah, du bist da. Steffi? Die hört das gleich im Stream. Bist du bereit? Ja. Gut. Du weißt. Ich weiß wohin. Einmal komplett geradeaus und da warten, ne? Warte. Okay, ich mach dir die Tür auf, wenn's los geht, und... Und... ... jetzt. Es war... horror so. Okay, komisch. Warte kurz... Wann muss ich dich denn da los schicken, dann? Ja, wenn die beiden in der Küche sind, da reicht's. Die sind halt niemals beide in der Küche Bei mir waren sie beide gleichzeitig in der Küche Du musst mich losschicken, wenn der erste in der Küche ist und hoffen, dass der andere da dann steht Ja, das habe ich gerade versucht Ich kann wirklich nur die Türen öffnen Ansonsten Kann ich dich da gleich reinschicken in die erste Tür und dann wartest du auf mein Go vor der zweiten Willst du das so machen? Ja, ich vertraue dir Sobald die Tür aufgeht, kurz vor der zweiten warten Ach so Und jetzt kurz davor warten vor der anderen Tür So und jetzt durch die Tür Sieht sich die andere halt auch? Hä? Musst du einen anderen Weg gehen als ich? Kann auch sein Okay, dann Ich weiß jetzt nicht, bei mir waren beide wirklich in der Küche gewesen Also Ne, bei mir nicht Ah, ja du siehst ja die Linie, wo die hände vorne Okay, dann Das heißt Rein Rechts Links Links Okay Und dann rechts, rechts, geradeaus Hast du eine andere Karte? Kann ich die auch aufmachen? Kannst du mir die mal schicken? Ne, das war das andere So Das heißt, wenn ich dich reinlasse Rechts Genau, rechts Dann Nach links weiter Dann Wieder nach links Dann hinten durch die Tür Und da müsste eigentlich auch die andere Tür sein Okay Die wird bei mir halt nicht angezeigt, komischerweise Guck mal Ja Also Ich lass dich dann gleich rein Also Hier war das rechts Links, links Und rechts Genau Probier mal erstmal Sag, wenn du durch bist Bin durch Okay Bist du in einem safe room? Ich Bin im Haupt Rechner Okay Nice Schön gemacht Ich mach's das schon Nimbus Ich will wahrscheinlich Lock Bitte Virtuell Durch Ne Seh ich nicht Seh ich nicht Warum auch Siehst du Siehst du die Was auch immer Nein Seh ich nicht So Ähm Ähm Äh Ich bin ja der Ich bin ja der Äh Äh Mhm 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 Rass Geil Boah Nein Warte 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 So Niaung Gewitter draußen Was ist draußen? Das ist Gewitter draußen Oh geil, ich mag Gewitter Voll geil So Wollen wir nicht erstmal Ja Oh oh Nein Das war ein bisschen zu weit Ich bin ein bisschen dagegen gebumst Mann, Mann, Mann Geiler Boden Hauptrechnerkonsole Was brauchst du? Die IP-Adresse Ja, da ist keine IP-Adresse Das muss das ja irgendwo da sein Bin ich blind? Oh ja, ich bin blind 246 246 117 117 184 184 2, 1, 6 2, 1, 6 Nein, 3, 1, 6 oder 2, 1, 6? 2, 1, 6 Also 2, 4, 6 Ah, okay Dann darfst du nochmal von vorne 2, 4, 6 1, 1, 7 Ja 1, 8, 4 1, 8, 4 2, 1, 6 2, 1, 6 Ja, das war nämlich die 1 am Anfang Habe ich nur 1 stehen 3 Bedrohungen erkannt Oh Firewall analysieren Wo gehe ich hin? Firewall, welches Zeichen hast du? Links, Sonne, rechts Die ist, äh Ja, Art Mutter Mit ner Schraube drin Hat's gekloppt? Nein, hat's nicht Mit ner Schraube Ja, also, das ist so Oder ein Stoppschild Mit so nem Halbkreis drin Nein, das ist keine Sonne Links, Sonne, genau Ich übernehme Tracy Camp kriegt Ärger Die übernimmt totale Verantwortung dafür Dass wir das Ding auch Ach so Ist ja noch nichts passiert bei mir Ah, ja Ich muss noch Oh, ist es pink Ist es blau Antivirus Ja, wahrscheinlich werde ich gleich Ne Antivirus gesaugt Okay, du bist da Ja Blau ist Ah, ne, da bist du Blau ist wo? Geradeaus von mir Äh, links Achso Also ich gehe immer von Ich gehe immer von der blauen Tür aus, ne? Ja, blau ist geradeaus von mir immer Äh, nee, nee, äh Rechts Blau ist immer vor dir dann am Anfang Ja, genau Das will ich hingucken Rechts Hinter dir Äh, jetzt die Frage Ist links von dir was? Ja Auch rechts Und auch hinter mir Dann bitte links von dir Und wieder links von dir Und ich stelle dich wieder her Nice Ich wurde wieder hergestellt Ja Oh, jetzt kommt der ekelhaft Das war der KI-Wächter nochmal Das war der Oh Gott Findest schnell das Symbol, ne? Ähm Welche Konsole ist es da? KI-Wächter Analysieren Oh Gott, was ist das da? Äh, Pyramide mit drei Kreisen drin Oh, mit drei Kreisen Oh Nein, nein, nein Nimm nicht da Ups Du trötest mich Nein Oh nein Reicht's, reicht's, reicht's Ich hab nochmal Und jetzt kommt Bedrohung analysieren Ähm, Pyramide nach rechts Mit zwei kleinen Und einen großen Kreisen In der Mitte Oh, jetzt haben sie ne Das war's schon Was so ein Callcenter-Agent alles darf, ne? Keine Ausgang, bitte Achso, klicken zum Interagieren Mikrochip.zip Kopieren Extraktion anfordern Keiner ausgang Ja, Keller Okay, dann geh ich mal in den Keller Überwachungskamera Überwachungskamera Öffnen Oh, ich seh dich Ach, da Oh, ich darf nichts zurück machen Schade Ähm Ah, okay Das ist das Abwehrmodus Natürlich Langweilermodus Darf ich alles nichts machen Erst wenn die Dich einmal kurz gesehen hat Okay Ach, manl außer Kraft Darf ich nicht Jetzt darf ich Ja So Du musst mir Nein Gleich sagen Musst du, glaube ich, dahin Direkt hier, wo ich stehe Höher Weiter runter Treffer Und dann direkt Äh, auch über mir Neben, direkt neben der Tür Rechts Nein Du bist so einfach Kann das gehen Ja, wenn man weiß Was uns geht Unglaublich Mission 3 Zugfahren Oh nein Zugfahren Na gut Ich muss da Nicht so viel machen Und doch Eigentlich Voll viel Okay You're on the train Start by figuring out Who Jay Brenning is And hack this Pro-1 So Bei dir müsst ihr irgendwo stehen Ja, du hast mir eine Liste Ähm Ja Was brauchst du? Äh Guck mal nach einem J Brenning Und sag mir, welcher ist das Das steht bei dir nämlich auch Oben drin Okay Ähm Was steht oben drin Was steht oben drin, wenn ich sie hack oder wie? Ja J. Brenning Vorliebe Hühnchen Trend Beobachte Gold Fisch Liebes Brenning Ähm Job Labor Oh Rattegabund, da zuckt die so Ähm IP Gibt's noch einen anderen? Jokobus? Was ist denn mit dem digitaler Post? Ähm Apps Mono Nee Metro Rail Prime Bin ich im richtigen Abteil? Weiß es nicht Ich seh nur die Passagierliste Ach Wagen 2, da steht's Okay Dann bin ich am richtigen Dann bist du im falschen Okay Wo bin ich? 3 Ist im Rang 3 Okay Ähm Was suche ich? Ähm Metro Rail Prime Spiel AR Bodytoner Männlich Fällt auch gar nicht auf, ne? Überhaupt nicht Du siehst aus wie einer Bodytoner Charge of Haven Hm Hä? Nochmal von vorne Prime, ne? Ähm Prime AR Und Bodytoner AR 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 Habi Oh Okay Passwort Breaker Drei Korrekte Eine Nicht Korrekte Vier Korrekte An falschen Positionen Zwei Korrekte Zwei Korrekte Zwei Korrekte An falscher Position Zwei Korrekte Zwei in falscher Position Nochmal Nochmal Was war das? Ach guck mal jetzt seh ich das auch Gut Jetzt muss die Verschlüsse der Datei reinziehen Ach muss ich rein Drück da halt drauf wie so ein wahnsinniger Mann Mh Ich hab doch auch alles gesehen. Ich seh nur mein Teil. Ich seh hier jetzt irgendwas vor uns, wo wir durchkommen. Ja, dann musst du hoch. Ich kann ja nicht hoch. Du musst hoch, hoch, hoch. Ja, Patrick. Wie hoch? Weiter hoch. Ich weiß es doch nicht. Hoch, jetzt und runter, runter. Nein, ich seh nämlich nur zwei Sachen. Hä? Ja, ich hab doch auch nur zwei Balken gesehen. Wieso? Ja, aber wir sehen unterschiedliche Sachen. Wir sehen unterschiedliche Sachen? Wow, das war gut. Wie, wir sehen unterschiedliche Sachen? Hoch. Fronzen. Verzeihung. Ich meine das gleiche gesehen. Wir sehen doch immer dasselbe. Das wäre ja unlogisch, wenn wir andere Sachen sehen. Geh hoch. Geh zur Seite so rum. Muss ich mir im Nachhinein mal angucken. Wir warten. So. Detail erfolgreich entschlüsselt. Jetzt kannst du die IP kopieren. Ja. Ach, darf ich die kopieren sogar? Nee, darf ich die kopieren. Nee, äh, ja. Äh, Passagiere. Die alte Sache. 100, 120, 227, 205. Ja? Achso, da oben. Vorn ist noch ein J. Das ist... Nina. Irgendwas. In Wagen 4. Was kann sie denn? Ähm... Regular, Monorail, Herrgirner. Crypto Moneymaker, Church of Haven. Ich weiß auch nicht, wofür die Umfrage war. Ich würde es mir gerne mal angucken. Ah, okay. Ähm, zwei korrekt, zwei falsch. Also zwei in falscher Position. In zwei in falscher Position, dann kannst du ja eigentlich nur... Oh Gott, ja. Äh, Frau, Frau. Frau. Achso, Virus analysieren. So. Achso. Cool zum Viren entfernen. Okay, dann Frau, 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 Frau. Dann die Brille. Und der Rest. Okay. Dekorierer ist genau neben dir. Nochmal Password Breaker, ne? Mhm. Muss ich jetzt nochmal ran, oder wie? Ja. Okay, der erste... ...bewegt sich gerade, der hier, Brenning. Verbindung, versuch es später nochmal, okay, das Ding zu machen. Okay, ich kann es nicht schließen sogar. Aber ich mach schon mal vor bis zum Motor auf alles. Muss ich jetzt gleich wieder ran, ja, ne? Ja. Jetzt kannst du wieder ran, glaube ich sogar. Da ist keiner. Okay. Jetzt müsste es da, aber den Korrektar... ... und dann mit dem Korrektar. Ja, Emmenn, ey. Und dann sauen wir jetzt. 3 Korrekt, eine falsch. Also falsch, falsch. 2 korrekt, 2 nicht korrekt Immer noch 3 korrekt, 1 nicht korrekt 2 korrekt, 2 an falscher Position Äh, muss ich irgendwas drücken, so Run Da rennt schon niemand vor Ein bisschen Ein bisschen Ich weiß nicht, wie das Ding speedet Just speedet Just speedet, speedet 117, 200 Achtung, 5 Minuten, Zugführer muss eine Notbremse einleiten Elektrisch Okay, übertrage ich an dich? Ach du Bude So, Trennschalter Ich weiß nicht, ob ich irgendwas machen muss Trennschalter Warte, warte, warte Ich sag dir gleich, wenn ich ihn gefunden hab CVG CVG Okay Wird deaktiviert Anweisungen Ähm, so Die haben ja alle Ständer Ja, genau das Sicherheitssperre Anweisungen Einmal von links nach rechts und dann 1 Uhr Von links nach rechts und dann 1 Uhr, so Ja, ich weiß nicht, ich hab freigeschaltet Gut Ähm, die hinteren 2 sind's Ähm, Literal Kompensator Okay, Anweisungen Anzahl der Anschlüsse? Bier Ähm, gibt es mehr als einen roten Anschluss? Ja, 2 Wenn es mehr als einen roten Anschluss gibt, aktiviere den letzten roten Anschluss Habe ich Okay Ah, ich hab da auch noch Rotplatine Bei einem Viertel So, ich hab auch da so Und jetzt? Äh, Lade-Regulare Äh, Lade-Regulare Anzeige der Richtung 3 Stations-ID? Äh, 25-30 25-30 Wie viele Anzeigen leuchten? Drei Es leuchten drei Anzeigen Verwende eine Gesamtladung von minus 1 Äh, nein Äh Oh, Matze Äh, Sicherungs-Batterie Ja Welche Komponente? Rot Äh, Nickel-Oxid Nickel-Oxid Ähm Rotes Reagenz Grünes Reagenz Aha Bühnes Reagenz Blaues Reagenz Grünes Reagenz Instaviert Äh, ätzend Äh, ätzend Das ist ja ätzend Zwei Tropfen innerhalb von einer Sekunde Äh, grün war das nächste? Ähm Ja, hast du grün schon gemacht? Nein, davor war es Okay, dann grün Blau, blau Das Ding gefällt mir gar nicht Wieso? Ist nicht meins Erfolgreich Fehlfunktion, bitte sofort beheben Äh, bremsen, vorne LRR Achso, LRR-Fehlernummer Du benötigst einen LRR-Schlüssel Ah, oh, verdammt Äh, ich Warte 0529 Äh Kleine Füße, großer Schwanz Äh, ich komm nicht an den Schlüssel Ah, jetzt Achso, ich müsste Kleine Füße, großer Schwanz Ja, genau Richtig große Richtig große Größer als der Kopf Sehr viel größer Das wird uns ewig an Ein Typ mit Ständer Erfolgreich Boom Sehr schön Wieder das Sicherungsbatterie Ethylcarbonat Ethylcarbonat Okay Dann ist es grün Mhm Blau Mhm Rot Yep Blau Ist jetzt schon ätzend Also Viskos Viskos Ähm Fünf Tropfen innerhalb von einer Sekunde Ne, in Abständen von einer Sekunde Drei Vier Mal gucken, ob es klappt Was war das nächste? Blau? Blau Dann grün Grün Rot Oh, hat funktioniert Äh, Lade-Regulator 3988 Warte, Lade-Regulator 3988 Zwei Leuchten So, drei Leuchten Zwei Duo Ja, und wo? Äh, links Äh, sie befinden sich links Äh, Höhe von drei Habs Let-Literal Kompensator Literal Kompensator Anschlüsse Für, äh, sechs Äh, wenn es keine grünen Anschlüsse gibt Aktiviere den dritten Äh, ein Viertel Nice Motor wird gekühlt Bremsen Okay Und es ist anscheinend wirklich so Dass wir beide da ein unterschiedliches Pattern hatten Mhm Haben wir Bei dem AD Und hoch und runter Krass Mhm Oh Gott, das war das, wo ich auf der, wo man auf der Autobahn festhängt Oh, nice Jetzt wirst du mal sehen, was ich gesehen habe Ja IP-Adresse Äh, Video IP-Adresse Video Oh, geht nicht Äh, Serverknoten Netzwerksicht Äh, Darknet IP-Adresse Ach, ne Navigation 171 171 224 224 212 212 174 174 Da läuft er Schritte zum Cypher-Server Muss nach links Ja, ja, das sehe ich noch Da muss ich auch die Dinger draufdrücken Was will sie machen Was brauchst du Ähm Kommt irgendwann was Okay, mach mal Ja, Verbindung Reparierung Das haben wir Transmit Packets Haha, das ist geil Ah, machst du jetzt voll den Hacker da bei dir Ja Hm Was ist es Wo steht das Ah, ne Äh, Proxy Mittelwert Ja, bin ich Die Zahl Ja, ja Okay Trace ernährt sich Direkt auf deiner Linie gerade Okay Kann ich mit das noch holen So Und direkt in der Mitte auch Also Rechts Ja, ich hole mir das hin hoch Sag mal, wenn die vorbei sind Ach, da ist er Ja, die sieht man Hinter dir ist auch gleich einer Also nach dem solltest du gleich rüber Mehrzweckteilung bevorstehen Wer weiß ja, wie spät es kommt Datenbank Datenbank, niedrigster Wert Geht 14 km Äh, 39 S Drace ernährt sich Hinter dir 61 T Auch wieder hinter dir der Tracer Also der hat noch ein bisschen Nummer Jetzt ist es auch gleich vorbei Netzweckteilung Server Höchster Wert Was voll cool Ist das niedlich gemacht Macht voll Spaß So, da kommt das erste Wot-Ever-Teil Äh Das Wot-Ever-Teil Oh Gott So, das ist bei Zwei Ah, nicht Du warst bei zwei Ähm, du bist auf vier Und musst zu zwei Achso Oh mein Gott Ähm, du musst zu eins Und bist auf fünf Hä, wie war ich das? Nein, du bist immer noch Bei der fünf Ja, aber wie mache ich das? Du bist immer noch bei der fünf Du musst die fünf Nach oben ziehen Ach, ich muss Du bist bei der vier Ja, genau Du siehst es nämlich nicht Ah, ich darf das nicht verbinden Jetzt habe ich es Ähm, du musst zu vier Und bist bei der zwei Ich muss zu vier Und bin bei der zwei Ah, jetzt hat er das genommen Sorry Das müssen wir gleich nochmal machen Jetzt weiß ich aber wie So, du machst ja erst mal Verbindungen reparieren Emulate signal Du bist bei der fünf Und musst zu eins Jetzt musst du in Ark Jetzt weiß ich wie es bei dir aussieht Ja Ja Darum war es so schwer zu erklären Okay Alle Daten sammeln Oh Gott Das war das Clicky-Board nicht viel Hacking-Tool wird geladen Sehr schön Hallo Hacking-Tool Das sieht ja aus wie bei dir Piu-Piu-Piu-Piu 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 Voll der FPS-Trainer hier Na ja Ich hab die Hälfte gemacht Ich auch Gut So, gleich geht's weiter hier mit Bis bei fünf Ah ne Minus plus Minus plus 3838 Oh Gott Starten Und Jetzt Bevorstehende Netzwerkteilung Proxy Mittelwert Gut So weit So gut 1,6 Plus Minus Ähm 1471 Oh Gott Ich starte Und Ping Oh Gott Du bist bei der 2 Muster 3 Was Ich muss Synchronisieren Doch Was So Server Server Höchster Wert Da Bracer Direkt auf deiner Spur Okay Direkt auch mal auf deiner Spur Ähm Du musst Zerfünfen Bis bei der 1 Direkt Ich kondisieren Ich weiß, dass es um dich herum machte Keine Sorgen Auf meiner Spur oder wo? Jetzt auf deiner Spur Jetzt nicht mehr Bitte Ähm Der nächste kommt auch wieder Achso Nicht auf Ich dachte auf meiner Spur Wenn du das machst Ah Hä? 2,8 Ein bisschen höher Was haben wir? Äh Augment Signal Also Ass Signal Welches Ich warte Netzwerkteilung Ich warte Datenbank Niedrigster Werte Bin ich schon drauf Oh yeah Der Hammer Techno-Mucke da So Fracer nähert sich? Hinter dir direkt Okay Äh Er hat Headphones on Und guckt so Oh Ähm Okay 2,1,3,2 2,1,3,2 Tracer wieder Auf deiner Spur Ich brauch nen Code Achso 14k Knappe Tracer in der Mitte Okay Dann geh ich gleich 4 2,4 Äh 23p Ach Hm 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 Starte Und jetzt Vorstehender Sicherheitsknoten Ich geb dir gleich mal Knoten Hm Ich hab keinen Kaffee Ja Du kannst ja gleich Danach Und wir können auch Danach auch Brauch ich Oder wir spielen Jetzt einfach Durch Ja Ich würde dann kurz Noch Pause machen Mal kurz Eine Rauch nehmen Nice Nice Hast du da noch Aufbär Oder Okay Das ist Deine Eindeutig Ich treffe Gar nichts Ich sehe nur Blau So kleinere Und nicht so Durchsichtige Also ganz Durchsichtige Danke Danke Dass wir jetzt Langsamer sind Das hilft Ja Wir schaffen es Können wir das schaffen Wir schaffen das Ja Das ist Ja Ich habe Jetzt bin Abgeschattet Sehr schön Oh nein Oh Gott Das war die Sache Mit dem Ports Kann er sein Oh nein Komm hier irgendwie Vorbei Oh Das war die Geschichte Okay Du hast mich umgebracht Ich habe es gesehen So links Nice Okay Nummer eins haben wir erreicht Kommt gerade auf mich zu Ich guck noch Hallo So das da vorne kommt gerade auf mich zu Und dreht jetzt um Oh nice Ja genau so Jetzt kann der So Die sind gerade genau unter mir Jetzt noch Das Warte So Noch jetzt mal Genau Oh Siehste So macht man das Voll gut Das Tor ist vor mir Links oder rechts Hinter dir Okay Das daneben Rechts Links Links Sorry Danke Das da Grün Rosa Genau Blau Port erfolgreich geöffnet Schön gemacht Fein Dann hat er direkt Ein Pat 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 Ja ja Du mich auch Der direkt hinter mir Links Links Nein Ich sehe ja nicht wo du hinguckst Der da Wo du gar nicht drauf zuguckst Wenn du Wohin guckst du Ja Ich guck zum Tor Okay ja dann hinter dir Direkt hinter dir So Geh nach hinten So Oh nein ich hab's nicht geguckt Hey grün Ja mach nochmal Einfach mal Ach er wurde Die erste Farbe war richtig Geil Grün Grün Blau 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 Aber witzig, dass die erste Farbe richtig war Einfach mal draufgedrückt So Dann gehe ich mal durch So, also rechts ist die komische Wand Ähm, so Warte, da kommt gerade ein Siehst du das? Ja, ja Alter, da sieht man dein Punkt Gehen wir hier dann? Ja, da kommen aber gerade die Löscher Mal gucken, wie weit der hier, der kommt ganz durch In der Mitte hast du Platz So, jetzt ist vor mir einer Jetzt taucht ja die Wand auf Jetzt sind wir hier lang irgendwie gelaufen Genau, aber die Frage ist Kann man an der Wand vorbei? Nein, also da müsstest du schon am dritten Ähm, kommt gerade Da musst du sozusagen hier ran Ja So Versuchen wir so rum dann? Sagst du Bescheid? Äh, also der Löscher rechts von mir kommt gerade Wow, das war knapp So, jetzt können wir Reicht's? Boah, du bist natürlich in das Loch gelaufen Ich lass ein Loch Ich lass ein Loch offen Oh, nicht Network Ports schon wieder Wieder dieselbe Warum lässt du auch einen Platz offen? Ich guck doch gerade, wo die ganzen Teile sind So, was brauchst du? Den, den einen von eben Die beiden von eben gerade Also, hinter dir Den linken davon Alter Wie viele Farben sind das jetzt? Ah, dann haben wir Den linken davon Äh, den hier oder? Äh Ja Das ist den hier? Nicht den, den anderen Den links davon Den da? Ja Dein Punkt ist ein bisschen ungenau Ein bisschen ungenau, sagt er Ein bisschen ungenau So, gelb, grün, grün Gelb, rosa, blau Okay, hau rein Ähm Hast du das gemerkt? Ja, ja, mach es schnell Ich, ich Okay, gelb, grün, grün Gelb, rosa, blau Ähm Gelb Grün Jetzt Weiß ich nicht Jetzt 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 Oh Mann, zu schnell Och Mann Ich bin so So ein Scheiß Gelb Grün, grün, grün Rosa, blau Nein, gelb, grün, grün Gelb, rosa, blau Gelb, grün, grün Gelb, rosa, blau Okay, gut Hau rein Gelb, grün, grün Gelb, rosa, blau Gelb Gelb Grün Grün Gelb Rosa Blau Ich und mein Goldfisch Ich und mein Goldfischgedächtnis Bei Farben ist das auch echt wies Jetzt der direkt hinter dir Äh, den hier? Ja, hier Äh, oh fuck Brauch mal kurz was zum Schreiben Fotografierst du ja noch kurz ab mit Dandy Ja Stimmt, Dandy liegt ja hier Ey, das hab ich sonst aber nicht bei mir liegen Mensch Ähm, so kurz Pilgott eingen Warte, dann lädest du dir auch gleich vor Sobald ich da ein Bild gemacht hab Ähm So Ein bisschen geschummelt Aber egal Also das ist Rosa, gelb, grün Blau, blau Grün, gelb, rosa Geht eigentlich super Hau rein Okay Du sagst dann Rosa Gelb Grün Blau 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 Grün Gelb Rosa Okay Bei dir ist es einfacher zu merken Du musst nur einmal drumrum Und dann wieder zurück Oh neiiin Und wieder hier Ne, ist was anderes Okay Hä, haben wir das denn Wie übersprungen? Power Cells Das ist ein bisschen komisch Okay Ähm Was brauchst du für einen Ja Okay, ich schalte mal ab, oder? Ja Der 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 Vorsicht ist geboten Gesamte Software und Daten auf Server löschen Natürlich Ärgert er sich wieder Wirkt den Stuhl Der hat Sky 4 Ein bisschen 5 5 Gut Dann mach ich schon mal stopp Und dann gehe ich kurz ins Menü Und dann gehe ich Und dann gehe ich gleich wieder nach Good morning, Agent Ich finde das ja von zwei Jetzt genau Ist jemand in Steam Online gekommen Und verdeckt mir das So Ähm Au 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 Steffi hat es auch in den Chat geschrieben Sehe ich gerade Dankeschön Dankeschön Ähm Ich habe ihn noch nie mit der Lanze gespielt Ich habe ihn noch nie mit der Lanze gespielt Ach komm Also bitte Der war jetzt Echt Nicht So Ich wollte lenken Wir müssen runter, oder? Hä? Warum bist du jetzt unten durch? Weil es besser ist Oder? Nimmt sich nichts Okay Aber du musst auch mal Abbremsen Ich kann nicht Ich kann doch nur mit Ja Du kannst abbremsen Nein Ich kann nach links und rechts Ja ich kann nach oben und unten Ja Wie soll ich da bremsen? Warte Ich probiere oben rum Das war Scheiße Nein Au Ah Da hat dein Wege fehlt Okay Moment Ah Ah Oh Au Au Ich habe da was in der Schulter Ich glaube das kann man gut zu einem Clip machen, oder? How old are you? Ich habe Ich habe Das war der falsche Knopf Wo ist die denn? Wie heißt, wie heißt diese Frau? Sandra Williams Sandra Williams Sandra Williams Sandra Williams You little bitch What is it? Oh fuck Biss dich Bitte Power of Jesus Bitte Power of Jesus Oh yeah Oh Ein normaler Wirken Ich hätte nichts sagen sollen Treppe runter Was willst du denn hier? Die Richtung Also Tür oder Treppe runter? Treppe runter Treppe runter Ah warte, ich kriege noch einen Ring von dir Komm, ich kriege noch einen Ring von dir Danke Ja, hast du Mein erster Ring Der wird sofort Auch wenn er nur Frost-Resistenz gibt Besser als nichts Ja, ja, hör auf zu quatschen Wenn ich dich jetzt besuche Ey, sorry Nee, nee, der Typ da Ja, ich weiß Äh, nein Ich mach euch fertig Oh, treppe runter war ne gute Wahl Treppe runter war ne scheiß Wahl Oh, das ist nämlich das Der Mittelteil vom letzten DLC Und das Das ist doch die einfachste Idee Wenn ne offene Tür dasteht Aber Zu gehen Du Elendig Das ist doch ein ich habe die Clips von Steffi angeguckt. Du griff erzwingen. Was hast du dir angeguckt? Clips von Steffi. Ach so. Wir haben Mittwoch um 13.21 Uhr. Das heißt, ich brauche die... Hausmeisterei. Liste der Hausmeister. Zwei Stunden vorher, da brauche ich Fernando Matta. Okay, du siehst doch... Ich wollte schon sagen, du siehst doch aus wie ein Fernando. Oder Paulina. Nee, du kriegst Fernando. Der arbeitet da schon seit 8 Jahren. Also sei vorsichtig, was du mit ihm machst. Ach, den ruinieren wir auch sein Leben wie die anderen. Äh. Oh oh. Oh oh. Ich hab denselben Fehler wie du gemacht. Ja, okay. Oh Gott, ich bin hinter Gitton. Der Frauenknast. So. Äh, was hast du gebraucht? Einlassscanner. Ja, die IP-Adresse. Die müssen wir erst mal frei hacken. Anscheinend. Aber wie? Wo hast du die gefunden? Wo? Wo ist die? Ich hab hier nur den... Hä? Ich hab hier nur den Bildschirm. Häckst du gerade? Nein. Keine Anfrage von dir bekommt irgendwas. Ja, ich hab das blöde... blöde Ding nicht gesehen. Ich kenn das. Genitär-Skinner-Passcode. Oh Gott. Okay. So. 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 Sehr fein. Fein gemacht. So. Nein. Ja. Wir folgen dem, oder? Ja. Ja. Das war knapp. Das war geplant. Das muss so. Ah. Komm. Noch was. Nein. Du bist doch der, der hoch muss. Ja, aber ich bin rechts eigentlich. Na, na, na. Nein. Wohin? Ja. Unter das Scheißseil. Ja. Nein. Dadurch. Oh. So. Jetzt kannst du mir gleich nochmal die... 291. 291. Ja, doppelt. Ja. 248. Wo, 48? 156. 156. Ah. Kann ich jetzt in den Scanner? Ja, mach mal. Kann ich in den Scanner? Ey. Ja, tu es. Fernando Marta. Jo. Sicherheitsdienst rufen. Ne. Ich bin hier. Alles gut. Okay. Was ist das denn? Nein. Ah, hier ist das Ding. Okay. Energieversorgen. Büros. Ne. Beweis. Datenbank. Hast du irgendwo einen Zugangscode? Ne, ne? Achso. Das kommt ja erst später. Ähm. Find a map. Ah, du könntest... Ah, du könntest... Ah ja, die Map. Äh, Game of Cards und schick mir die. Ich hatte hier nichts mit Karte, keine? Irgendwo ist eine. Also ernsthaft, eins muss ich ja würdig sagen. Da passt ein Mensch durch. Dachte ich mir auch, aber... War nicht so. Ähm. Belüftungssystem. Ist es da die Karte? Da ist die Karte. So, übertragen. Zugang für Roboter. Geht doch erstmal hier. Ich hab dir erstmal die Karte übertragen. Ähm. Sicherheitssystem vielleicht? Nein. Irgendwo. Ähm. Saugroboter. Ähm. Die Redhacken. Ähm. Ah, die Schaffung. Schnell gestellt, ja. 8, 7, 7, 7. Au. Die Beine. So. Dann bist du im Laserraum gleich. Ähm. Nein. Nein, das war's auch nicht. Äh. Ach, Sicherheitssysteme. Laserraum. So. Der vierte. Genau. Genau. Noch ein, äh, noch zwei vor. Genau. Und jetzt nach links. Genau. Bis zur Wand kannst du da. Dann, dann drei vor. Dann, genau. Du kannst, ja genau, kannst, ja genau, kannst du auch, kannst jetzt bis zur anderen Seite. Ähm. Drei vor. Und, ob, da sehe ich nicht, ob du bist da. Ähm. Jetzt hier, jetzt hier drei zur Seite. Genau. Und da dann, ja, da kannst du einfach durch. So. So. Dietrich. Oh. Achso. Zustimmen. Nein. Na gut. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Achso, ja, wir können mal gucken, ob ich das da einsperren kann irgendwie, so. Ah ja. Ja, nicht wirklich. Doch. Aber ja, das hier können wir einsperren. Den musst du einfach nachhinter ziehen und dann muss ich, den kann ich ja schon mal ziehen, komplett hinter. Dein. Ja. Genau. Ich lasse meinen los, zieh dir runter und du gibst. Stopp. Einfach durch. Mit Deja Vu Geschwindigkeit. Ähm. So, was war, achso, jetzt müsste ich. Oh. Jetzt siehst du es aus meiner Perspektive, was ich so witzig hatte. Ja, dann nochmal. Nein. Oh, ich habe es nach vorne geschoben. Mann. Okay. Und. Oh. In dieses Risiko eingegangen. So. Ah, das war. Mom, mom, mom. Pah, zu einfach. Wenn man es schon mal gemacht hat. Pssst. Ich hoffe, die sind aus. Ich glaube, bei mir waren sie aus. Ja, ich bin davon durchgebrannt. So. Stabilisierungspanel bin ich drin. Warte auf Partner. Hey, was soll denn das? Was dauert denn das? So lange geht's? Mach doch. Okay. Okay. Warte auf Partner. Aktivieren. 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 So. Wait a minute. Defi, hey. Grün einstecken. Stoßkontrolle auf hydraulische festlegen. Okay. Wie geht's dir, Defi? Sauerstoffleitung. Äh, Windmotor 7. Windmotor, wo ist der? Äh. Ah, ich hab die Sauerstoffleitung wahrscheinlich. Windmotor 7. Ach da. Na? Was läuft bei dir so? Stoßaktivator aus. Ja, den Wille zu irgendwas auf 32. Und was war's? Fluss? Stoßaktivator aus. Äh, Stoß, 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 Stoß. Oh, bereits. Stoßkontrolle. Ach da. Hab ich meinst? Zwei Tropfen Wasserstoffverteiler. Energieauflader laden. Energie. Okay. Rot einstecken. Okay. Stoßkontrolle auf pneumatisch stellen. Okay. Laser detection disabled. Now do the same for the fan that's blocking access to the ventilator. Wie läuft's bei dir, Chris? Da könnte eine Agentin durchspringen. Ja, aber... Könnte. Könnte, könnte. So. Dann bist du jetzt auf dem Weg zum... Ich brauch wieder einen Saugroboter. Äh... Ich nehm den. Gerät hacken. So. Und dann musste ich... Ohne den Leuten in die Beine zu fahren. Och, Mann. Juhu. Äh, hier. Ah. Geh, bitte weg von diesem Eingang. Dank. Nächste gleich. Äh. Bist du schon soweit? Ja, ich hab alles. Okay. Ja, aber Chris, erzähl doch mal. Ich hab lange nichts mehr von dir gehört. Hui. So. Oh. Vorsicht. Ja, ja, ich seh den Laser vor mir. Ich geh mal ein bisschen langsamer, so. Okay. Stell die Gäume unter das Dach lang. Ich will nie zocken, sagst du. Schmützen sind immer... Uah. Was ist denn? Schlimmste... Kopfschmützen. Ja, das ist ätzend. So, ich geh wieder auf zu langsam. Und geht's mittlerweile wieder, oder? Immer noch... Der Kopf... Ort am Limit. So, und das müsst ihr jetzt hier irgendwie unter mir sein, ne? Ja, einfach hier zu runterfallen. Natürlich, schöne Welt. Au. Äh? Stabilisierungs-Panel. Ja. Aber geht's denn mittlerweile wieder? Das ist die große Frage. Aktivieren. Überleitungskontrolle C. Ah, da hab ich. Ah, Statuskontrolle Baseline festlegen. Statuskontrolle Baseline. Baseline. C1-Ventil. Äh, Partikelbeschleuniger aus. Partikelbeschleuniger. C1-Ventil. Partikelbeschleuniger hab ich nicht. Auf dem Windmotor 9 auswählen. Anschluss blau. Windmotor 9. Äh, Flussrichtung nach oben festlegen. Bordreset drücken. Reset. Sauerstoffleitung auf niedrig. Und Sturzkontrolle auf hydraulisch. Hydraulisch. Quadrat. Äh, Dichte Faktor auf 6. Quadrat. Dichte Faktor auf 6. Auf dem Windmotor 6. U1-Ventil. Windmotor 6. Äh, Überladungskontrolle A auswählen. Ach, das hab ich. Und ich hab nichts mehr. Okay. Alles fertig. Oh Gott, das war der Scheiß. Ja. Ich bin sehr gespannt. Äh, Luftschacht. Hauptschacht. Du musst die Klappe öffnen. Hä, was? Lass mich doch. Den, 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 den. Du musst nach oben, nach unten. Du musst relativ nah ran, damit du das schneiden kannst. So, ich muss auch zurücksetzen. Du musst dich alle durchschneiden. Sehr nah ran. Ja, du musst alle durchschneiden. Aber nicht die roten durchschneiden. Was denn rüber? Was denn rüber? Du sagst rüber. Ja, ja. Ich dachte nicht, dass du... Okay. Jetzt nochmal ein Stück rüber rüber, bitte. Danke. Du siehst auch... Ja, du lässt ja einfach nur runterfahren. Ja, klar. Das macht ja auch voll Sinn. Gar nicht. Oh, oh. Oh Gott, das war der Scheiß. Achso, ich könnte auch mal die Klappe wieder loslassen. Oh, hier kommen mehrere Laser. Ja, gut. So viel ziehst du also an. Ja. Auf dem anderen vertrauen zu müssen. Das ist krass, ne? Okay. Ah, Winkel. So. So. Jetzt sehe ich das. Was denn? Bisschen noch rüber. Da. Okay. Wo? Achso. Das erste kannst du so... Ja, was ist das erste? Das da? Ja, da wo du hinguckst halt. Achso. Ach fuck. Ich sehe dich ja seitenverkehrt. Ja. Siehst du nicht meinen weißen Markierer so ein bisschen? Ja, ja. Sehe ich. Da kannst du durchschneiden. Jetzt ist da drüben, äh, weiter rechts. Weiter, weiter. Ja, genau. Das oben kannst du einfach so... Äh, ich versuche gerade heranzukommen. Ah, okay. Da war was. So. Das kannst du auch einfach so. Temperatur? Das nächste auch wieder ganz unten einfach. Äh... Musst du näher ran? Ja. Ich lass dich mal ein bisschen näher ran. Temperatur noch? Oh ja. Das da ist unten oder das da ist unten? Warte. Ähm. Ah, jetzt. Das ist ein Weg. Das unten ist unten. Ist das unten? Ja, genau. Das ist unten bei mir. Okay. Das nächste ist oben. Kannst du durchschneiden. Das nächste kannst du einfach so. Ich muss rüber. Danke. So. Ganz am Rand. Also rechts am Rand von mir. Ja, genau da. Das oben auch. Das nächste ist egal. Das ist ganz oben. Warte. Temperatur. Äh, auf der anderen Seite. Oh Gott. Ganz an der Seite einfach. Da? Ähm, ja. Dadadadum. 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 Ich lass dich hier einfach. Dadadadum. Ja. viel zu weit entfernt ah das war das coole ding gut beweisdatenbank komm ich da ran aber chris wenn du mich noch hörst was machst du so in der letzten zeit ich sehe dich glaube ich gar nicht so oft online ah beweisdatenbank das war doch weiter unten beweisdatenbank ich brauche einen zugriffscode 6308 äh 09 money ok Kamera Kamera ja genau ein Video suche so mögliche Name unbekannt 4807 ich habe eine Handfeuerwappennummer also ich habe die genau ok ich habe den 4807 ok ab ähm konfiszierte Gegenstände die Codegreifer wäre 4456 4856 was 4456 4856 ja ja 4456 4856 referenz index das ist die Handfeuerwaffe ähm fuck 27 das bringt dir aber nichts da kommst du ja nur zu der Waffe ähm QP341 QP Q warte da den musst du mal noch sortieren Q QP341 QP erpressung 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 ist qsd usd hammer ganze fälle weiblich kann man raushauen hier da ist ein x8 mobil von ok dann ist das fach 84 und dann war der code 4807 das war jetzt mission 5 jetzt sind wir bei mission 6 die kugel hektik dann haben wir in fast fünf stunden zweimal das gleiche wie du hier spiel ist ja nicht wirklich das gleiche also du hast ein komplett anderes erlebnis jetzt an sich ok ach das ist oh das ist die hütte mit den drohnen ok ja erstmal ist die hütte mit dem drohnen emp lade ok also die drohnen haben eine nummer und den code da steht ja bei der ladung na ok die mussten eingeben zum mutieren feuer nicht glaube ich so wo ist denn der erste einer ist unten ja kann ich auch in die stockwecke rein ja die kannst du rechts anklicken mit den haken rein nichts anklicken mit dem haken rein ach so da rechts ja da ok ach so das ist auf die erste ist auf einer ebene höher das geht jetzt natürlich einfacher weil wir wissen dass wir solche bomben haben ja also einiges einfacher so du bist da hinten so der gang vor dir müsste frei sein da kommt jetzt gleich was um die ecke ich gehe mal auf drohne 4 4 8 0 übertragen ok kann ich es in die ecke werfen ne du ähm warte 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 wenn du jetzt den gang hier gleich nach rechts rein gehst da ist da eine drohne kommt die nicht wie wir kommt die nicht ne die die jetzt kannst du mal reingehen in den gang so du kommst ganz sicher bis zur tür jetzt geh in die tür rein erstmal rechts ne du kommst bis dahin die drohne doch aber nicht ah ok ja ich musste das jetzt auch machen so hast du die bombe noch äh nein dann drohne 4 ist 4 8 0 so und du kannst jetzt bis zur tür jetzt die drohne kommt gleich zurück wie weit muss ich so rein am besten bis zur ecke bist du einfach an der ecke ok jetzt gehst du zeige du wirst du dahin und drückst jetzt eh genau drohne neutralisiert ähm ich glaube die hätte doch die mussten machen sogar ähm geh wieder zurück in die tür ja obwohl ne ja wir hätten sie gar nicht machen müssen sehe ich gerade aber egal ja gehst einfach einmal durch so das ah hier sind die zwei drohnen ok dann gebe ich dir erstmal wenn du da wo ich hingucke oder die andere Seite da wo du hinguckst gebe ich dir gleich was äh 5 8 0 ne da so habe ich übertragen ja habe ich ähm ich sagte gleich bescheid die kommen gerade wieder also dauert es noch ein bisschen wie weit kommt die Ecke wieder? ja wieder bis zur Ecke am besten immer die Ecken werfen ne es dauert noch jetzt kommt die andere Drohne gerade jetzt genau einfach in die Ecke und jetzt eh schön dann gebe ich dir jetzt schon mal für die 3 das ist 660 übertragen so ich sag dir wenn sie weg ist so jetzt gut und E schön äh genau da lang gleich rein und da ist gleich eine Tür das sind wieder die ganz schweren Dietriche ne? ja genau die unheckbaren Schlösser mhm ja ja chill so warte ach da so und was machst du denn jetzt Chris? mal so dann das ist die Nummer 3 2 3 2 1 7 1 7 5 7 5 7 ok ja ich kann nicht lokalisieren sagen schade ähm dann müsst ihr jetzt 1 weiter hoch genau in dem Gang in dem du davor stehst ist gleich eine Drohne in dem Gang ok ja lass mich ausreden äh 140 na richtig na richtig ähm mal wie weit sie reinkommt du kannst ja auch mal kurz reingucken ähm und jetzt kannst du rein in die Drohne mal schnell äh also die imp werfen ja na schade hat nicht ganz geklappt äh 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 ok ah ich glaub ich war in dem bereich dass die Tür aufging also entweder da lang oder wir gehen auf dem anderen Treppenhaus wir gehen jetzt da lang ok dann musst du dich beeilen ich hab keine Bombe ja ich sag nur du musst dich dann beeilen wir sehen ja auch nach hinten läuft die nur da lang die läuft nur da lang ähm ich darf grad auch nicht zu jetzt ist sie ganz vorne und jetzt ganz hinten gucken ob es reicht ähm jetzt ne hat nicht ganz gereicht geh ich nochmal äh ich geh nochmal ich geb dir alter wow tschö äh aufpassen da ist gleich die nächste Drohne ähm na komm die schalten wir aus da jetzt übertragen also könntest du wieder mit einfach nur bis zur zweiten Tür laufen die ist ganz da hinten in den kleinen Gang rein verstellen und äh dann warten so sie ist jetzt um die Ecke ich dachte ja wieder wenn sie um die Ecke ist wenn du sie um die Ecke ist jetzt in der Ecke liegen kannst im Raum nicht da ist auch noch eine jetzt ist sie um die Ecke so und jetzt eben gut der Raum ja die ist einfach ne ne die war jetzt einfach nicht der Raum ey ich bin schon leider ran womit lass ich hier escape drücken äh nein ich komm nicht ran raus so dann lehne ich einfach ab gut ähm wofür haben wir die jetzt blatt gemacht haben weil wir es können ähm genau ich gebe jetzt die Bombe dafür kann ich es einfach in die Ecke werfen da ähm einfach nur ja gleich hier rechts werfen oder so aufpassen oh wurde es entdeckt ja so jetzt ist nämlich die sieben nicht mehr da jetzt kannst du einfach bis dahin durchlaufen ey ich habe voraus gedacht äh die ist auch weg kannst du jetzt da durch äh dann kannst du da durch den durchgang links ja nochmal links wäre dann aber wieder eine Drohne also ne nicht da links vorne links wieder durch ich muss nehmen ab ok also wieder raus ähm nein vorne da rum da gehts ja dann auch weiter aber da ist auch nochmal eine Drohne also dann nochmal aufpassen das ist die 6 ähm dann gibt es die 520 wie weit kommt die vor ähm die kommt glaube ich bis zur Tür ich kann gleich nochmal gucken bis zu der Tür wo du hin musst ähm ja bis genau zu der Tür wo du hin musst bis dahin ähm fährt sie jetzt ist es um die Ecke oooohh das wird knapp jetzt 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 ohohohoh genau die Tür einfach rauf machen jetzt du bist der Hacker Hacker man Hacker man wie der aussah wie der aussieht cool am Bart hat war das er hackte doch die Zeit oder so ein Scheiß ne ja ja genau den haben wir weg na Moment erstmal deinen da rüber oder ah ne erstmal den da rüber so jetzt ähm und loslassen gut das war ja fast schon kompliziert 5 1 5 1 3 6 3 6 6 1 6 1 lokalisieren überspringen gut job agents so wechsle ich zu dem network view mensch äh mit leertaste was glaube ich wie ich mir nicht sehe steht bei dir dran ähm so ähm weder ein Netzwerknoten auf der Karte aus okay 3,1 gigahertz ähm ah das ist mit der Tür vom okay ähm ähm was ist das mhm okay illegale Schusswaffen was muss ich jetzt überhaupt machen ähm du drückst mal einen so Netzwerkknoten an und guckst welche Tür man da aufkriegt ja und äh ich weiß halt nicht wo du hin musst wir testen einfach durch aber bei dir steht auch ein Bombensymbol habe ich? ah ja guck da das Häuschen brauchen wir wo ich gerade dran stehe okay da bitte rein das nicht da okay dann ist äh äh häng mal den Netzwerkknoten gleich neben dir also du müsstest dem von dir aus erwischen den da? ich hab keinen Netzwerk ach den da 311 gigahertz okay dann gucken wir doch mal jetzt musst du eine Person mit 311 gigahertz ja ja da ähm mehrere Personen ansonsten ähm links genau ganz am Ende rechts rein alle aus genau genau der Typ der vor dir steht na dann mach mal eine korrekte drei nicht korrekte weg ist es? ja den hab ich dir jetzt als Transmitter eingestellt ach so kannst du auf den Knoten gehen und die Tür öffnen so verbinden Tür ist nicht versperrt dann kommst du da jetzt rein was guckst du denn du so verträumt kotze? zulassen virtueller Dietrich wird geladen ach der gute Güte äh ähm oh ich kann dir den kurz festhalten dass du den oben fischst ne ne der oben ist komplett ach so schnell war ich jetzt nicht ja ich hab's auch ein bisschen zu weit nach vorne soo das wird nix mit soo 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 ach 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 ist echt nicht meine Primalarbeit ist echt nicht mein Minigame soo das war relativ unten 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 ja jetzt chill doch mal na guck, weg ist er wieder ähm dann war's soo ooooh soo nala nice 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 ooooh soo dann war's mit das darfst du erst da unten nicht berühren genau soo und dann war's einmal komplett so und loslassen andere achso easy peasy easy Moment mal gibt's jetzt was zu essen find the remote switch to disable that protection was war jetzt die bombe ist verborgen wir müssen glaube ich jetzt nochmal mit denen nope ist er nicht ähm ähm genau geradeaus nicht da zurück genau da lang achso ich kann sogar schon verbinden ja rechts hier ist halt verbunden hin in dem netzwerk genau vor dir also hinter dir jetzt ähm was ist jetzt ähm was muss ich denn jetzt hier wieder machen ach da ist verbogen verbinden ähm verbinden äh geradeaus also hoch 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 zurück genau da der Knoten ganz am ende da kommt der Typ der spinnen will oder was ja ich darf nur nicht in den Kreis ok ich versuch nicht irgendwie so und der übernimmt die Drohnen in der Mitte vom Platz ist das ähm also wenn die jetzt wo bist du da bist du genau die genau diese Knoten hier verbinden Tür ist nicht versperrt ist auch nicht ganz hinten bei den kleinen Treppen also bei denen nicht da wo ich jetzt genau da genau wenn du nicht in der Mitte genau rechts hinten ja gut danach ich hänge die menschen ich hänge die menschen jetzt kommt da aber eine Drohne also aufpassen ja ganz durch die ist abgedreht einmal durch genau hier 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 bei dir nein 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 genau da hatte ich so nicht versperrt so wir der gleiche Platz gerade achso haben wir sogar schon brauche ich nicht die bombensicherung ist aus ja so ja so ja genau wie viele batterien am gerät ich muss zum rotieren halten wie macht er das jetzt damit eins zwei 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 also du okay zwei drücke den knopf wenn die letzte ziffer des timers eins oder sechs lautet gut wird gesichert ähm voreingestellte parameter kommst du da an ne da haben wir den passcode noch nicht um doch gar nicht kommst du an die voreingestellten parameter ja okay dann wäre es nämlich die lifeline äh weiter ja der das rechteck mit links offen und unten noch ein strich und das wifi signal das verkehrt rum das rechteck mit links offen und ein strich links offen und ein strich und umgekehrtes wifi äh bombenmodul gesichert passcode ist drei sechs fünf sechs null ah bobe moment moment bei den netter äh was drei sechs fünf sechs null okay gut dann haben wir die elektrische ne du kannst auch einfach mal du musst bei den ports kurz gucken welche stillstehen dann können wir die fertig machen weil ich hab die ports grad freigeschalten okay warte kurz ähm da so und ist das im ersten da okay wenn port 1 den niedrigsten wert hat rot eigentlich äh hat er aber nicht port 2 den höchsten ähm nein doch hat er hat er port 2 ist der höchste okay gut jetzt brauche ich einen ähm viel spaß chris ja du schaffst das chris äh einen vierstelligen code den kriegst du wenn du kurz die taste drückst und die zahlen von unten nach oben gehst von oben nach unten ähm 5590 elektrische ladung gut anzahl buchstaben in der seriennummer warte 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 ne ich muss die elektrische ladung machen gelbes kabel wird anzahl buchstaben in der seriennummer ah 1 2 3 4 hier dann äh ist das atom 0 du musst mir einfach sagen was du als erstes hast atom oder was du brauchst äh ich brauch die bombe die bombe ja das ist die virus die bombe keine ahnung ok 7 ok äh blaues kabel ist was ist denn atom äh 0 und das letzte ist 4 das kannst du gucken ok letzter schritt kabel ähm kabel schneid protokoll nur eine rausage stimmt wenn das gelbe kabel sich zwischen zwei blauen befinden nein wenn das blaue kabel sich neben einem grünen befindet nein wenn zwei rote kabel sich nebeneinander befinden das nein das grüne kabel durch während der schaltkreis drei blinkt moment moment nice noise nice man lebt nur zweimal erhungenschaft you only live twice ja weil wir jetzt mit beiden durchgespielt haben hat sich also gelohnt krass so jetzt haben wir das schon komplett durch jetzt hoffen wir auf updates mit neuen fällen das ist echt schade ja ich also wenn die keinen neuen feller rausbringen dann werde ich stinkig ja das geht gar nicht das war viel zu schnell durch raidest du wen oder ähm ich hab nichts gehabt gar nicht ich hab nichts 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 ähm aber twitch.tv dann machen wir das mal wer ist denn online was ist das hell warum ist der wieder im like mode twitch hör auf damit aber ich mach jetzt mein stream aus ich bedanke mich für's schucken bis die Tage ok viel spaß dir und im um bei im 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 Vielen Dank.